So, na dann, Willkommen zurück, Willkommen zu einem neunsten, wir spielen heute wieder Trinity, das Wunderlands und weiter, die wir letzte Woche aufgelöst haben, also die Hauptquests haben wir durch, spielen wir Sidequests und DLCs. Und die will wahrscheinlich wieder jeder Sidequests mitnehmen, daher. So. 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 . So. 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 unbedingt ich kann es gerade in diesem spiel auf 10 haben ich kann es in diesem moment gerade nicht checken weil sonst müsste ich dann müsste wir ja ja demnächst dann ich weiß nicht aber ich weiß dass dann zumindest irgendwas das nach dem stream wieder alles palettiver wenn es in die overworld gekommen also scheinbar ist die quest doch nicht geht es einfach mal anders hin ist doch nicht in dieser stadt ich brauche noch ein paar minuten fast immer sehr gut und gibt irgendwas neues bei dir was du der welt nicht teilen musste nicht viel liegt der typ der von der bodenstange untergefallen ist ich habe ich komme ich darüber das ist auf dem herrlich ganz woanders in dem gebiet waren wir schon immer noch gar nicht okay dann weiß nicht kann ich das nicht mehr reisen wir können auf der overworld nicht schnell reisen ja du weißt aber nicht wo wir hin müssen du hast auf der minimap immer ein zeichen wo du hin musst und auf der overworld auch alles auf einer anderen ebene ich weiß nicht wie ich da hinkomme auch zusammen im tiefen ok ich habe die overworld schon mal verlassen ich nehme das mal Das war's. Haha. Dann geh ich mal hier lang. Okay, ich bin in den Rasskampf gerannt. Okay, ich bin in den Rasskampf mit Letrans gerannt. Mach ihn mal, vielleicht kriegst du eine coole Waffe. Dann bin ich hier weg. Ist irgendwie ein Weg. Ja, aber Letrans ist super. Ich bin runtergefallen. Was hab ich hier wieder? Ich hab wieder die fucking Todesfee. Der nervigste wurde im ganzen Spiel und ich muss ihn natürlich jetzt hier als Ende von meinem Chaos-Dingens da haben. Hier gab es einen Ausgang, deswegen Kartenübergang. Hm. Ich glaub nicht, dass ich den alleine schaffe. Hä, wie du schaffst den nicht allein? Du machst super viel Schaden. Der ist ein relativer Low-Level-Boss. Ich mein, ja, die... Werden geupdatet von ihren Epis und allem, aber... Der ist jetzt nicht krass. Du bist bereits tot! Du bist oben noch nicht! Ha! Dein bestandiert, gleich sagt dir, du bist tot! Okay, sterbe. Oh, ich hab sie! Halleluja! Ich bin tot. Uh, legendäres Zauberbuch. Aber ja, die Waffe kann sehr viel. Gut, dass wir einen Schick für unendliche Leben eingebaut haben. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich krieg jetzt auch was ordentliches. Wertung für meinen Run. Hier riecht es irgendwie heroisch. Warum bin ich jetzt schon wieder am sterben? Das ist doch nicht wahr. Irgendwo Skeletze hier dich erschießen können. Das ist doch nicht wahr. Na komm, vielleicht krieg ich ihn noch. Ja, ich hab ihn besiegt. Sehr schön. Ich muss das jetzt sofort wieder nutzen. Ne, keine vernünftigen Waffen. Okay, jetzt kann ich dir endlich beitreten. Sehr schön. Ich hab keine Ahnung was ich gerade bekommen hab. Ich muss auch mal dazu. Bist du gerade im Bosskampf? Ich bin vorbei. Oh. Das ist gerade bestanden. Ja klar. Ein bisschen unnützer Loot rum. Ich guck mal, vielleicht ist es bei mir nützlicher Loot. Ich hab jetzt mehr Lack. Uh, ich hab eine Million Münzen. Okay. Ich geh aber grad weiter an die Oberwelt. Ja du, alles gut. Ist nur sinnlose Scheiße. Ich muss jetzt mal gucken, was ich so bekommen hab. In meinem Röhren gerade. Hm, da ist auch mal nicht dabei. So, wir müssen irgendwie da rüber. Waffe mit über 2, äh, Zauber mit über 2000 Schaden. Hm. Fantastisch. Da bist du wieder dreimal doppelt so stark wie ich. Äh, ich bin auch fast max level. Ja, es ist schön mit dir zu spielen immer, wenn wir nicht gleich auf sind. Ich sag mal. So gemeinsam spielen kennst du auch nicht, oder? Du, ich hab grad einen Run gemacht. Das hat mir 2 Level beschert. Ich weiß nicht wie. Aber gut, die Gegner werden jetzt auf dich angepasst. Damit bin ich die damit... Du machst mehr Schaden als ich. Ne, du machst 2. Run, ich mach 1.000. Ich hab einen Zauber-Lucky gefunden, der gut ist. So, wie kommt man jetzt da hin? Mit dem man da hin geht. Ja, dann geh da mal hin. Was sind denn? 40 ist max level, das heißt... Egal wie du bist, sollst du so auf... Wir werden uns an deinem Fleisch schlafen. Ich bin Level 36, also... Ja, 4 Level. Ich bin 3 Level drüber, das ist jetzt nicht so krass. So, hier hin, oder? Muss man eigentlich recht schnell haben. Was zur Hölle ist das für... Ding, wo wir hin müssen? Doch, hier müssen wir hin. Doch, hier müssen wir hin. Oh Gott, haben wir noch viele... Side-Quests hier. Doch, da wo ich stehe, müssen wir hin. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir nicht alle machen. Von dem mit, was gerade läuft. Ich würde sagen, hier lang, oder nicht? Hier durch. Ich würde auch sagen, da hin. Da gibt es keinen durch. Das ist... Die Piraten-Welt. Ja, aber ich bin doch gerade... Eben schon durch den Piraten-Welt gelaufen. Ja, wir hätten aber auch einfach dran vorbeigehen können. Wir haben alle Wege so weit freigeschaltet. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir da sind. Scheinbar nicht. Da kommen wir jetzt nicht drüber. Wir können aber außen rum hier gehen. Von da aus wahrscheinlich dann weiter. Wenn wir jetzt hier lang gehen und dann da oben, dann müssten wir auf dem richtigen Niveau sein. Ach, armer Krass! Sehe, hier ist die große Wand gewesen. Von der großen Wand aus können wir dann da hin. Hier hinten. Das ist noch eine ganze Overworld-Biom, wo wir nicht waren. Interessant. Das scheint fast so. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Die ist die Sackpressed, glaube ich. Ja. Okay, in dem Level waren wir auch noch nicht. Interessant. Hier riecht es irgendwie hier hoch. Hier hoch. Ja. In dem Level waren wir auch noch nicht. Das war jetzt auch nach der Hauptquests markiert als nächstes. Also es scheint noch so ein... Ja, cool. Wir machen jetzt einfach... Wir machen jetzt einfach so viel, wie plötzlich auftaucht. Und gucken dann mal weiter. Ja, das und das Dämon-Ding willst du mindestens noch machen. Äh, ja, weil da mag ich die Waffe, die man dafür kriegt. Äh, ich hab... Ich hab was für dich von meinem Run gerade. Kannst du gern haben. Moment. Und... Aha. Du lässt wieder den Schott bei mir ab. Äh... Ja, du. Hier, Zauber mit 1200... Ähm... Power. Und haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Ja... Ja, aber der Zauber ist dann wieder... Nach 130... Er hat waren schlecht wusste meine Kometen. Und der ist der Zauber. Uh... Guck einfach nach dem der... 1200... Ja, den kann ich noch nicht nutzen, weil ich noch nicht in dem Level... Na und? Du kannst das aber auch nicht... Ja, die Waffe kann ich natürlich auch noch nicht nutzen, weil die Waffe auch ein 30 ist. Ja, ist ja gut. Dann kill einfach so viele Sachen wie möglich. Und dann... Wird das schon. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Tja, jetzt gehört es mir. Das kann ich gebrauchen. Ich nehme dir etwas Last ab. Dann brauche ich die 1016er. Du weißt nicht, was du da hast. Ich habe noch zwei... Ich habe noch eine 1116er Waffe und eine 998er, die ich die geben kann. Ich brauche nichts. Ich habe jetzt wirklich eine Sniper, die sehr viel Schaden macht. Ich habe halt die super Waffe, die du mir gegeben hast. Ja, das kann ich jetzt doch... Ich mache das Zeug. Ja, geh rüber! Tja, jetzt gehört es mir. Gut, gib her! Bisschen Zeug verkaufen. Ich nehme dir etwas Last ab. Wo hast du das denn? Zeug verkaufen ist immer gut. Ja, geh rüber! Gut, gib her! Ich werde mir ein Zeug kaufen. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Das kann ich gebrauchen. Tja, jetzt gehört es mir. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Es ist alles gut, wenn wir hier wieder holen. Ein Schild mit 700. Nein, mein Arthur hat 2400. Das sollte erreichen! Und auf geht's! Ja, dann rede mal mit dem Wächtertypen. Hör zu! Shane! Ich glaube hinter den Wasserfall. Da ist nichts. Du darfst unsere grandiose Oase betrachten, aber rühre nichts an. Du wurdest gewarnt. Wir sollen alles anfassen, Modi. Ich bin schon dabei. Sie hat gesagt, wir sollen alles anfassen. Du siehst nach Ärger aus. Ich werde dich beobachten. So schaut's aus. Nimmst du das Ding da mit? Der Dichter. Nimm den Dichter mit. Der Ditscher. Und wenn er nicht dicht ist, der ist dichter. Jetzt hast du uns alle dem Untergang geweiht. Thronöffner. Da hinten. Passiert jetzt hier was? Ja. Was hast du dir dabei gedacht, du ignoranter Köter? Und wer bist du, dass du so mit mir redest? Du hast vermutlich von mir gehört. Ich bin Gerrit von Trivial. Monsterjäger. Gut, wir haben die Wittschadenspielung gefunden. Ich beschütze diese Welt für Geld. Wie Gerrit von Trivial. Ich habe nur nach Beute gesucht. Und dabei hast du den Geist von Salissa, der bösen gewundenen Wassergöttin geweckt. Jetzt wird ihre Bosheit die gewundenen der Wüste verderben und zu ihren blutrünstigen Sklaven machen. Siehst du? Sie kommen. Ich bin gleich wieder da. Was ist das schon? Da hinten ist noch jemand. Moment, da war ich kurz mit meinem Zauber. Der hat da super gering jetzt. Alter. 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 Halt uns Leben gleich mit einem Zauber. Das ist stark. Oh Scheiß, ich bin am sterben. Hast du noch einen Gegner für mich? Du hast Heilung. Ich komme jetzt da nicht hin. Du bist besser als du riechst. Ich habe kaum auf Stärke gelevelt. Ich bin auch gerade zweimal gestorben. Ich habe nur durch meinen Pilzbegleiter überlebt. Ich habe kaum auf HP gelevelt. Deswegen bin ich einfach. Das klinke ich einfach zusammen. Ja, das habe ich mir selbst dann auch schon gerecht. So ein bisschen. Waffen abklingen, Zeit und so. Das Leveln. Das macht so starken Angriff, aber... Wir sind beide Glaskanonen. Ja, aber das bin ich irgendwie in jedem Spiel. Also ich bin irgendwie... Also Verteidigung. Wer braucht Verteidigung, wenn er angreifen kann? Also wenn ich halt... Wenn ich halt mit jedem Angriff kritze, dann brauche ich keine Verteidigung zu haben. Wenn ein Schlag von mir tausend Schaden macht, während ein Schlag von dem Gegner hundert Schaden macht, dann... Ja gut, dann schlage ich den zweimal und... Verstehst du das? Meine Philosophie. Dann ist Angriff die Verteidigung. Ja, aber das kenne ich ja von dir. Ja. Angriff ist halt manchmal die beste Verteidigung. Tod ist zu gut zu dir. Der Gegner gar nicht erst zu dir rankommt. Mann, ist das angenehmer, wie der normale Gegner jetzt haben. Hier geht's durch den Wasserfall. Weißt du, es gibt eine Prophezeiung darüber. Da heißt es, das erste Siegel wird von einem stümperhaften Trottel gebrochen werden. Das bist übrigens du. Ich hab den Eindruck, der Typ ist nicht sehr nett. Nein, das ist der Winn. Keine Munition mehr. Wieso ist dieser Miesepeter überhaupt so miesepetrisch? Ja, manche Leute sind einfach durch. Feuchärben in Boden! Dann musst du wieder diese Knarre nehmen. Dann musst du wieder diese Knarre nehmen. Dann musst du wieder diese Knarre nehmen. Ja. 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 Wenn du damit fertig bist, arbeiten wir daran, Salissas körperliche Form freizusetzen. Ich selbst werde inzwischen gegen andere Monster... Oh, oh, jetzt zieh runter. ...und dir Gänzchen für Öle und Tränke und Dinge für den Kampf gegen Salissas sammeln. Vorsicht mal, hier geht's runter. Das bedeutet, halt's Maul und lass mich in Ruhe. Mensch, Tina, warum muss dieser Kerl denn so ein Arsch sein? Hey, nicht jeder besteht nur aus Sonnenschein und Bonbonsfällen. Manche Leute haben Probleme, er auch. Ich finde, er könnte zwar fliegegegner sein. Ja, könnte er. Ist er aber nicht! Das ist die Beschreibung von Hexer, ja. Er könnte weniger Arsch sein, ist er aber nicht. Die Schatten steigt! Noch ein Würfel zu uns? Ja, ich hab den Kampf mit ein bisschen... Sei höflich zu tot, wenn du sich auf die Gegend anst. Auch, ich loote grad so ein bisschen nebenbei. Die schaffst du schon. Die schaffst du schon. Hier sind Kien. Sind die bei dir schon max Level, die Gegner? Ich bin Level 37. Ja siehst du, dann leveln die Gegner ja nicht mal mit für sich. Wer ist der beste kleine Seelenfresser? Bei mir sind sie Level 39 bis 40. Du brauchst dich gar nicht beschweren. Ich weiß, wie geht's. Hier ist noch ein Gegner. Ah, da hinten. Da waren Gegner. Ich hab den Ditcher gefunden. Schon wieder? Hat einer da herausgespuckt. 231 Waffe. Ich hab mich grad auf die Idee gekommen, wie wär's, wenn man die in die Waffe einfach eine Waffe den Spielern gibt und den sagt, die macht 200 Schaden. Ich hab nicht gesagt, wie oft die macht einmal 200 Schaden. Und danach macht sie gar keinen Schaden mehr. Ja, das ist schön. Mach was du willst. Du wirst deine eigenen Erfahrungen machen. Eine magische Waffe, die 200 Schaden macht. Du musst einen gefährlichen Weg nehmen. Zuerst... Hast John, hab ne Kartenmarkierung. Du hast das dritte Auge? Kann sein. Das Training dafür dauert Jahre. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, der Glücksfaktor steigt. Du zahmestischen die Würfel. Äh, ich erkunde die Gegend soweit. Wenn sie plötzlich auftauchen, dann ist das halt so. Okay, ich voll den Pest machen. Mach das. Ich one-shotte in der Zeit mal alles hier. Die Gewundenen sind dir sicher feindlich gesonnen. Wegen deiner Taten. Du weißt schon. Die Truhe. Oh, der W37. Was mein Problem wäre, wenn du so gut kämpfen würdest wie ich? Oh, hier ist noch irgendwas. Ich gehe gerade in eine komplett andere Richtung, kann das sein? Das kann sein. Egal, hier sind Dinge. Ab den Zeit, Statusschaden, TP geschützt. Jetzt sind wir natürlich auf TP. Ah, ne. Kritischer Schaden. Stimmt, könnte auch schön bei mir. Ja, aber ich glaube ich. Ich lege auf kritischen Schaden. Ich gehe auf Leben, aktuell. Ich hab dem Gefallen getan. Glaub mir! Oh, Zyklopen. Ich bin so froh, dass dunkes eine Prophezeiung sagt, die Rückkehr von Salissa voraus. Mich schaudert es bei den Gedanken daran, was aus den Gewundenen wird, sollte es je dazu kommen. Ich bete, dass ich diesen dunklen Tag nicht mehr erleben muss. Wie viel Leben hast du eigentlich selbst? Ich darf noch mehr Todeswünsche erfüllen. Keine Ahnung. Steht unten. Erlebt dich und vielleicht lass ich dich am Leben. Sie sind bei 1425. Okay, ich bin bei 2525. Was passiert hier? Wenn man zu nähern. Ich glaube die Waffe macht mich wirklich schaden. Hey, zumindest ist die Zufall nicht verpackt. Soll es das doch nicht, doch nicht jinxen. Kann ich ruhen? Lass mich, ich darf das. Ich bin in der Schlangen-Siedlung. Mit sehr vielen S. Und da müsstest du dann vorne sein. Immer Frost-Eiskrab. Bei meinem großen Eiskubus-Zylinder. Ja. Und den Würfel. Graben die Herzen, du Trottel. Mal im Ernst. Wie kann man so viel Schaden anrichten und dabei so wenig von allem wissen? Gut. Jetzt musst du laut Prophezeiung die Kampfbanner der ältesten gewundenen Visiere beschaffen. Denn sie sind die direkten Nachkommen der ersten Visiere, die Salissa vor vielen Zeitaltern einsperrten. Ah ja. Ich will gehen mal wieder Sachen besorgen. Ja, wir tun Story-Dinger für die Story. Ich, ich links, du rechts. Ich gehe gerade geradeaus. Oder so. Ich teste, ob man das ist. Ich glaube, ich bin ein großer Boss. Oh, Wutte. Schlangen, die viel im Spiel haben. Ich habe einen Banner gefunden. Du hast echt Glück, dass ich hier bin. Nur ich kann dir helfen, alles in Ordnung zu bringen, was du durch deine Stimpe am Leben Kompetenz verbockt hast. Das ist echt ein Charmeer. Ich weiß nicht. Ich fange an, mich an ihn zu gewöhnen. Im Ernst? Ja. Ich meine, seine nüchterne, schroffe Art hat doch was. Sie wirkt auf mich irgendwie nicht einmal. Ich weiß auch nicht, wieso. Das kapiere ich auch nicht. Links, links bin ich. Allerdings kommt es darauf an, von wo aus du siehst. Hm. Ich glaube, ich ziehe nicht. Okay, ich muss da hoch. Ah, hier ist wieder Gate markiert. Der Typ da über die Wände der Gate markiert. War wieder hier. Mhm. Oh. Ja, wir haben aktuell eine sehr gute Jobchance für die ganzen legendären Sachen. Ich hab noch keinen legendären Sarbekommen. Wo ist denn meine ganze Munition hin? Ich hab auch ein paar Würfe mehr als du. Ich hab ja drei Gebiets komplett. Aber ich hab zumindest eine ziemlich gute Chance aktuell. Scheint so, ich hab nämlich schon wieder was. Schön für dich. Doch du musst auch was so weit wie ein ähnliches Leben haben. Ich brauch die ganze Rüstung nicht. Ich hab die Gebiets. Ich hab auch schon wieder die Gebiets-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes. Ok, wir haben alles. Ist auch schön. Ist das hier ein ganz Speed oder was? Nein. Ok, dann werden wir hier wahrscheinlich dann irgendwann hinkommen. Uh, ich hab den Obelisken gefunden. Aha. Ich bin grad nur am erkunden, du machst schön die Quest. Du bist ganz gut dabei. Super, immer wieder eine tolle Unterstützung. Hey, ich mach alles andere, außer das Wichtige. Da könnten gleich Boss-Gegner kommen, also... Der Boss-Gegner taucht immer am Ende der Quest auf. Ich platziere die Banner so, dass sie die primären Ley-Linien für die Verzauberung des Eisgrabs unterbrechen. Das Eis ist so weit. Sieht hässlich aus. Jetzt zersplittere es, um Salissas körperliche Form zu befreien. Wartest du dann eben kurz auf mich, bevor du das machst oder willst? Ok, du machst den Boss so. Sie haut ab, sie kommt zu dir. Salissas wird im Thronsaal wieder ganz werden. Als nächstes müssen wir ihren Geist befreien. Ich habe ihn im Schrein der Göttinnen ausfindig gemacht. Geh dorthin. Sofort. Ich kann auch gerne mitkommen. Ja, ich habe hier gerade noch einen Obeliski zu machen. Warum ich das mache, keine Ahnung. Der loot es nicht, das ist gut. Und Level-Up sind auch irrelevant, aber... Ich muss... Du hast ja schon diesen Mythos-Range freigeschaltet. Gern geschehen. Ich habe den noch nicht. Ich warte noch auf das eine Level-Up. Dann kommt der Mythos-Range. Bei der 40 kriegst du das Mythos-Ding. Ja, ich bin ja noch nicht 40, ich bin ja 39. Du kannst mir mal sagen, was das bei dir ist. Ach, Oculus, den hatte ich vorhin schon. Ja, der war jetzt nicht so schwer. Brennungen zum. Immerhin, einen, okay, ich glaube auch. Ich kämpfe mir hier schon im Weg frei. Ja, ja, du, ich komme gleich. Ich habe jetzt den Teil fertig. Ah, ist ein interessanter Raum aufgemessen. Super Schlangen. Oh, Drachen. Hey. Hm, hm, hm. Habe ich inzwischen eine Waffe stärker ausgefunden? Ja, habe ich. Ja, habe ich. Nur das Täter freigeschaltet. Geduld. Geduld kann mich mal. Mach dann gleich mal den Postkampf ohne dich. Äh, ich habe hier gerade ein paar Drachen gehabt, die mich genervt haben. Ich komme gleich rüber. Schönes Wüsten-Map-Design hier. Mhm. Bin schon im Tempel. Ja, und ich sprinte in die Richtung. So grob. Das Täter. Willkommen beim Schrein der Göttinnen, Fremdling. Ich muss da rein. Hier ist jeder willkommen. Bitte folge mir. Dann bist du auch mal da. Jo. Ah, jetzt kommen wir da rein. Ich bin die Kuratorin des Schreins der Göttinnen. Ehemals bekannt als Gefängnis der Verräterin. Hoppla. Bin in den Brunnen gefallen. Mach mal nicht. Äh, ich habe einen neuen Bereich entdeckt. Was? Was? Ich bin hier, ähm... Spring mal in den Brunnen. Ja, ich habe hier einen Würfel. Ich habe hier nämlich einen vermutet. So. Ich bin hier unten in so einer Unterwelt. Mal runtergelüpf. Ich würde jetzt nur gern weiter bei dir Händchen halten. Aber ich habe noch mit jeder Menge schöner Frauen zu schlafen. Und jede Menge Eifersönlich jeder einer zurückvergehen. Folge einfach deinem dritten Auge und komm selbst klar. Ah. Hey, cool. Einer weniger, noch drei übrig. Ich sage das nur, weil du bestimmt der einfachen... ...hütze auch nicht zusammen bist. Wie, Delilah? Nein, nein. Das ist nur so ein Tölpel, der ohne mein Eingreifen den Weltuntergang herbeigeführt hätte. Ganz recht. Ich bin ein Held. Oh, ähm... Der Prophezeiung zufolge ist der Feuerkristall verloren gegangen. Ihr habt keine Ahnung. Okay, wo platzieren wir die jetzt? Unheil ihr einläutet. Macht weiter und die Welt wird untergehen. Oh, sie hat ihn wahrscheinlich... Ich werde den Feuerkristall mit meinem Leben beschützen. Und wenn schon, töte sie. Und wenn schon, töte sie. Ist sie hier unten. Hm. Ah. Ich liebe meinen Job! Nicht tauchen. Nur erleblich wütender. Es ist Zeit, die Schlösser oben zu deaktivieren. Vorausgesetzt, du verlässt heraus, wenn du zurückkommst. Ah, da ist es. Die Kastle, die du gesammelt hast, solltest du nicht gewöhnen. Und so ungern ich es auch zugebe. Was soll das denn? Das ist Wahnsinn! Oh. Ich bin da reingefallen. Mhm. Ich renne noch mal nach unten. Mehr Glück für dich, Mamacita. Ich nehme hier alle Würfel ohne Guide mit. Nein. Ein Griff ohne Brunnen vibriert. Das Spiel wappelt. Ist das ein Glitch oder? Nein. Das nennt man Gameplay. Salissas Geist hat sich dieser, ähm, Bibliothekarin oder was auch immer bemächtigt. Schade auch. Finde mal raus, ob sie jetzt, ähm, Salissa ist. Äh, Kuratorin? Oh, in was für einem scheußlichen Körper stecken wir. Nun denn, zu komisch, dass du uns zurückholen willst. Wir lieben es. Fang uns doch, wenn du kannst. Wir lassen diesen Körper besser nicht sterben. Sie wird so unschuldig. Aber wir haben noch viel vor. Lass sie nicht aus den Augen. Laut der Prophezeiung muss sie den Punkt des Aufstiegs erreichen. Ah ja. Mh. Jetzt der Punkt des Wu. Oh nein. Bitte hilf uns. Wir sind so schwach. Ich hab so das Gefühl... Soll ich mal auf Inside würfeln? Ich hab so das Gefühl, dass sie da das nicht ernst meint. Dass sie nicht wirklich schwach ist. Ich hab eher das Gefühl, dass Discount-Geralt hier ein bisschen inkompetent ist, aber... In meinem Geist zu fangen! Salissa kontrolliert mein Leben! Und Geralt bei Wish bestellt. Hör mir zu! Du musst dem ein Ende setzen! Sonst wird sie... Aaaaah! Das muss... Aufhören! Aha. Und er bei Teemu bestellt. Da gibt es einige solche Seiten. Und sie sind alle dieselbe. Ja. Denn sobald eins noch von Illigafeln wird, kommt auch ein Drei-Neuer auf. Oh, du bist federlich! Oh, keine Munitionsattristen. Okay, meine guten Waffen haben keine Munition mehr. Wolkenklauen! Uh, der Glücksfaktor steigt! Licht nach oben sehen! Das war anstrengend. Keine Sorge, kommt nicht wieder vor. Weiter nach oben. Das ist alles ganz schön krank. Ach, der Aufstieg ist wirklich gemeint. Wirklich gemeint. Mhm. Wir stellen die wirklich auf. Hier waren wir schon mal. Hier liegt noch Müll rum. Nein, das war ich gerade eben. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe, sterblicher Trockel. Wir spüren, wie die Fesseln in unseren Geist sich lockern. Also lassen wir diesen Körper hinter uns. Wir sehen uns. Hux. Ich bin unten. Äh, ich hab' ein paar Gegner. Ich glaub' nicht, dass sie unten sein sollte, oder? Zu schade. Ich hab' nicht gehört. Wir sind klar, dass sie in Ordnung wäre, wenn du uns nicht alle den Untergang geweiht hättest. Das geht auf deine Kappe. Siehst du das? Salissas macht ja zurück. Aber eine Sache ist noch zu tun, bevor wir sie auch bestehen lassen können. Wir müssen nun all ihre Aspekte zu einem bündeln. Dafür brauchen wir die legendäre Waffe. Zeitensorge. Salissas Zweizack. Zweizack? Ja. Wie ein Dreizack. Mit zwei Spitzen. Lass dich von deinem dritten Auge zum Labyrinth ohne Wiederkehr und voll endloser Qualen führen. Labyrinth endloser Qualen. Sehr schön. Klingt viel versprechend. Dieses Labyrinth ist eine lange und beeindruckende Geschichte. Es heißt, für den Schlüssel zu seinem Eingang ist man... Vergib mir! Was? Muss man was? Es ist auch aufgehört zuzuhören, als sie gesagt hat, dieses Labyrinth hat eine lange Geschichte. Sehr schön. Geht einfach schon mal zum Labyrinth ohne Wiederkehr und voll endloser Qualen. Macht nichts. Habe ich mir anders ausgedacht, aber ja gut. Man kennt's. Wir sollten die Spiele eigentlich das machen, aber ja gut. Und ähm... Das ging ja schnell. Also... Das tun sie nicht. Um zu verordnen musst du folgende Worte sprechen. Clatunamius Baradadum Nictorium. Okay. Krampus, Bratun, Nippetum. Das war furchtbar. Ja. Damit hast du die Wächter im Inneren alarmiert, die dich ganz sicher töten werden. Klasse. Solltest du wie durch ein Wunder doch überleben, finde den Zweizack. Der lang verlorene Schlüsselstein war also nur ein paar Meter entfernt? Und wir mussten nur irgendeinen Unsinn nachbrabbeln? So geil! So geil! Worte sind mächtig, du dufer Dämmler! Autsch! Ja! Das sind sie wohl. Oh mein Dufer! Ja! Ja! Komme mein ahnungsloser Fluchbrecher! Befreie mich von diesem ewigen Durst! Wir müssen gegen die gruselige, dürstige Lady kämpfen, oder? Wer weiß bereits, Tomodachi? Jetzt sei stehe! So lange schon! Wir müssen einfach durch die Fällen durchtanken. So muss das... Wow! Finde mir eine Zunge. Finde ich oben! Finde mir eine Zunge! Warum tust du so was? hat sich gelohnt ist eine legendäre dabei in der tollen mit dem einen schenken mit dem mann ja wollen die anlegen ihre waffen wachen sind gewachsen sind ja da muss nichts heißen wir sind trotzdem gut hatten cooles petter und scheint zu explodieren nein ich bin runtergefallen ich habe aus versehen was markiert okay eilsendung aus dem alt ich hab hier ein paar assassiner ich danke für die entzümpelnden waffen die das mädel mir geschenkt hat jetzt du bist nicht weit von einem schusser entfernt brech ihn auf sofort ähm bitte macht dann jemand die quest weiter ja mach das ich hab den zweizack oder auch nicht klingt nach der alten demonifizierten königin von atlantis der herzfresserin herzfresserin du hast mich verstanden der schreiten an den postkampf das ist wohl definitiv meine herzfresserin ja die geht viel aus bitte mal hier ein bisschen ja ich komm schon aus dem alt wie geht es jetzt zur sache ja sieh deine schuhe aus wenn du tot besuchst ja du hast keine muniziere die kürzeste jemals rataste trafiz weg ist sie du musst du sagen ja jetzt kann ich nichts für er ist übrigens enorm verflucht das habe ich sicher schon erwähnt jetzt jaut ab beeil dich nachdem nun salissas drei aspekte befreit wurden wird sie damit beginnen sich innerhalb ihrer ursprünglichen schöpfungsissens hier zusammenzufügen sobald wir den zweizack zum ort des spaltungsrituals gebracht haben wird er sie wiederbeleben ich schätze ich gewähre dir die ehre an meiner seite zu kämpfen aber hör mir gut zu komm mir nicht in die quere gut gib her oh das ist ganz schön mitgenommen lass mich mal sehen ein bisschen schrott verkaufen ja ich habe eine rüstung mit der man zehn prozent mehr erfahrung kriegt nebenbei ok könnte nicht die glückwürfel meines tja jetzt gehört es mir gut gib her ich nehme dir etwas last ab wo hast du das denn gefunden oh ja ich könnte auch noch drauf gehen ich brauche ja so viel geld wir haben alle so wenig geld dass das hier willst du schon noch mit einer millionen oder noch nicht 748.670 gerade hier wurde aber es war einfach mal schief manchmal eben der menschen ist das das ich schon eine millionen hatte ich habe irgendwo mal das gekauft keine ahnung wahrscheinlich wahrscheinlich durch die ganze tode ich habe auch einige verloren ich hatte schon mal schief wenn es das ich an dass die millionen zusammengekriegt habe ich glaube hier geht es lang meine motorbetriebene waffe hat wieder eine motorbetriebene gifte hat wieder 27 schutz heute sterbe ich nicht leid das ist besser als du es verdient keine zunde ah ja hüllen für sich einige für 37 ok was müssen wir jetzt hier machen ich kann jetzt sagen was mittags an put maximal ist level weiter aufsteigen kann ja erst mal was wir tun sollen nein eigentlich nicht bei der questmarker passiert hier noch nichts vielleicht auf eine andere ebene ein bisschen verblut okay einfach nur irgendwelche kleinen effekte wie einfach wenn es mehr xy schaden uns weil du scheinst es ziemlich hoch stecken zu können nach hier wieder du kommst spät aber wenigstens hatte ich zeit meine tränke zu nehmen und meine klingen zu ja ich versuche gerade den weg nach oben zu finden hier ist der weg nach oben ich glaube ich habe den bosskampf getriggert ich bin es der unbesiegte monster fütter von trivial ich habe kaum noch eine zung ich bin bereit der welt zu beweisen dass selbst eine göttin bluten kann wow du bist wirklich so dumm wie wir gehofft hatten stirb du larm ich bin dein untergang ich bin dein ende und wenn du tot bist werden da ist er da unten ich werde meine panzehne im schlaf das sieht nicht gut aus für dich ich bin bereit es ist ein schotz schultt und haie then manchmal Wir haben sie gleich. Wir haben sie gleich. Ja. Und tot. Das war nicht schwer. Ja. Kein vernünftiger Lutz. Nur Blödsinn. Magische Sachen im Verkaufen. Ist das hier wirklich eine Schwache? Ich hab sie nicht. Nein, das kriegen wir gleich. Wir müssen in den Thronsaal. Wo wir gerade hier kommen, weil das Schild noch nicht weg ist. Na, weil wir hier durch müssen. Oh. Lies den Korkau. Ähm. Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja! Da bist du platt. Danke, dass du uns von Salissas verderbendem Einfluss befreit hast. Viele unserer Schwestern sind immer noch von unbändigem Zorn ergriffen. Aber dank dir wurde einigen dieses Schicksal erspart. Der wird ein 30. Yay. Nice. Achievement. Schließe die Dichter ab. Okay, nochmal auf kritischen Schaden. Ich glaube, wir werden auf kritischen Schaden. Scheißdruck. Und wie ist ein Gegner? Wir müssen mit Zally in der Oase sprechen. Oh, top. Nein, der hat auch nur... Autops. Okay. Da ist so eine gewünschtere Sonnenzahnoase, die versucht, einen ganz besonderen Tag zu grauen. Und aber, sie brauchen Hilfe beim Besorgen der Zutaten. Lass das Mädel nicht hängen. Hält ihr! Da gibt es ja keinen Fallschaden. Hatte ich auch gerade für einen Moment vergessen. Gibt es einen, die eigentlich Fallschaden? Bis auf das Obvious-mäßige, wenn du über 10 Fuß fällst, kriegst du für jede angefangenen 10 Fuß ein W6. Bis maximal 20 W6. Du, mit dem komischen Gesicht, trinken wir was zusammen. Vor dir befindet sich ein unvollendeter Liebestrank. Du wirst mir helfen, ihn fertigzustellen. Finde zuerst Krabbenbeine. Besuch Loretta. Sie sollte welche haben. Loretta ist eine Krabbenhändlerin. Und total in mich verliebt. Unerwidert. Sehr traurig. Ich spreche sie nicht drauf an. Es schmerzt sie zu sehr. Hh, der für scheiß das Ding. Hm? Oh, süßen Wälder. Nicht zu danken. Ich habe hier gerade ein paar Sachen. Ich geh hoch. Ein Vorbote der Zeit. Ein paar V-Von. Das ist so nervig, weil sie in der Luft schweben. Ich bin das. Ich bin ich nicht. Ich bin ich nicht. Ich bin ich nicht. Und ich bin normale. Geh da unten. Sehr schön. Ich hab ein paar Dachen beseitigt. Milon. Zum Glück kenn ich Millionen Wege, um jemanden zu töten. Das war's für dich. Wie ne verdammte hier. Mhm. Was läuft bei dir da drüben gerade? Ich versuch zum Questziel zu kommen. Oh, ein Tausender Waffen. Ja, schön. Das war's für dich. Achievement Glückswahn sammeln insgesamt mindestens 3000 Böge geteilt Hier habe ich glaube ich schon lange Ich habe ihn wieder aufschieben, wenn er wird last Ich habe ihn ein paar Zyklopen Vielleicht könnte ich hier wirklich geworben Ich kann sehr viel los Hier gibt es auch sehr viel Bluts Zyklopen hinter mir Oh da ist noch was Ich nehme noch einen Zahn mehr Ich habe wichtige Dinge zu tun Ich bin am Sterben Ich habe die Zyklopen nicht mehr Die Zyklopen sind echt heftig Ja die Zyklopen sind richtig mies Vor allem weil wir sie alle als zwei Phasen haben Ah ich bin tot Je mehr Würfel, desto besser die Beute 12 und 15 Würfel Und du kriegst ja einfach alle in dieser Welt Ich habe keinen Guide auf mich Ich sehe die Art auch während dem rumliegen Mittlerweile schon Ich wahrscheinlich auch, aber ich laufe immer dran vorbei Du achtest halt nicht drauf Wie bist denn du überhaupt jetzt? Ich komme gerade zu dir Wie langweilig Ich sehe dich nicht auf der Map Ach da hinten Ich bin aus dem Ich habe den Ball geklaut Ich bin aus dem Ich bin aus dem Keine Mundzunge Heuläpfel Die Tränen deiner Feinde sind eine beliebte Verliebtes Getränk Benutze nicht deinen Kopf, sondern deinen Allerwertesten, um die Heuläpfel aus dem Boden zu bekommen Äh Was genau machen wir hier? Ich weiß nicht was du machst, ich versuche gerade auszufinden was unser Speer macht Genau Du hast nen Speer Den den wir gekriegt haben, also die neue Waffe da Ich hab keine neue Waffe bekommen Du hast eine bekommen in zwei Sack Irgendwann Dann hab ich sie wieder weggerufen Ich hab's nämlich nicht im Inventer Wenn ich gerade beim Quest machen kann vielleicht nicht was zu tun ist Ja die ist ganz cool, wenn wir damit Gegner treffen dann Gegen den Blitzstatus-Effekt und dann werden sie irgendwie einem von Blitzen gebrochen Ich hab's halt nicht im Inventer Ja, ich hab grad was gefunden Hast du ne Ahnung was wir machen sollen Ich hab' keine Ahnung was wir hier machen sollen Ich versuche etwas zu tun zu dir Hier sind Questmarkte aber Zweifel alles töten was du siehst Ne das lässt sich nicht töten Sind zwei zu klumpen Ich glaub wir müssen hier die Pflanzen Pflanzen ernten Aber Ich weiß nicht wie Das hier sind scheinmal die Hullärzte aber Er steht doch sogar da Und wie mach ich sowas? Springen und Schiff Das hatten wir beim letzten Mal schon In der Nähe Springen und Im Sprung Steuerung, Entschuldigung Ah Ah Da kommen noch mehr Zykloppen Da kommen noch mehr Zykloppen Die Augen Ich brauche noch Glotzknollen für den Liebestrank Wie bitte? Glotzknollen? Wovon jede fuhr? Hm? Brauen In heißen Wärmen Unterdaufen Oder in Mund screens Bezirten so wohl lecker Du meinst Du meinst Kartoffel Okay, okay Glotzknollen Verstanden ok skinner passungen hast du noch welche die du nicht gefunden hast wenige sind noch hier einige sind noch neue die ich hier finde ja das ist doch schön ich muss jetzt weiter geerntet werden ich gehe mal ernten mach das ich kann mich um die drafen fünf stück eine noch hast du das zeug hervorragend komm zurück Zeit für die Liebe bitte was ich glaube die will Hiebe ich bin aber nicht ganz sicher ich habe auch irgendwas anderes verstanden die will das hier eine Stiebe zutaten hinzu gut jetzt muss der Trank wie die Liebe erhitzt werden wir müssen unsere herzen vor falscher liebe schützen und du musst diesen Trank vor drachlingen beschützen ja ich benutze jetzt mit Trank schützen oh nein wir benutzen uns nicht mit Tappern der Trank ist erst fertig wenn er kocht schwere sie weiter ab das wird grau 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 mit Vorwahrung es dauert noch einen Moment bis er kocht gib jetzt nicht auf wer ist ein guter Junge so langsam gewöhne ich mich ans Töne uh der Trank wird heiß genau wie die spezielle Spannung zwischen dir und mir bitte was die was für ne Spannung genau die du bist mir in die Falle gegangen das war ein Liebestrank du bist du in mich verliebt ich bin gegen Liebe immun da hast du Pech gehabt jeder wie er mag denke ich es war nicht wirklich ein Liebestrank oder nur ein leckerer Eintopf oh du armes einfach gestricktes dummes dummes Baby hier in Valentine der Weg zum Herzen einer Person geht immer durch den Magen deshalb packe ich ständig Kuchen in Moxys Briefkasten oh ja ich muss sagen zwischen Moxy und mir wird es langsam richtig ernst ok Moment Moment Moxys war die die irgendwie immer zweideutig war oder die im Casino hm ich glaube ja und Tina hat ihr immer Kuchen Kuchen hat ihr immer und sie hat ihr immer Kuchen in den Briefkasten gestopft wäre lustig wenn sie immer im Briefkasten Kuchen gab hätte sie in Borderlands 2 hätte sie was gehabt haben wir gar nicht nachgehobt ich hatte keinen Briefkasten schade haben sie nicht da abgepitcht leider nicht willkommen in der Familie willkommen in der Familie mittlerweile sind die Gegner echt easy ja geht so macht Spaß ausnahmsweise mal ach dir macht es nur Spaß und du gewinnst äh natürlich du kommst doch mal hin Moment wie viel Schaden ist das hier gerade 550 mal 7 sind 500 noch was für meine Schrottsammlung 2.000 2.000 ach was für eine Schönheit 3.000 grob 3.500 äh zauber habe ich hier wow guck mal was er kann lass mich mal sehen wo hast du das denn gefunden das kündigt dir sehr modig ach das ist schrott ne scheinbar weniger als der den ich aktuell habe schade ach was für eine Schönheit das kann ich gebrauchen tja jetzt gehört es mir na los hau sich von den Sacken in der Nähe flattert eine Gedichtseite im Wind und du hast schon welche Dichte gefunden hey kannst du mir kurz helfen ich würde es aber verstehen wenn du keine Zeit hast hier ist ein Auge echt nett dass du kurz vorbeischaust ich bin Sully und stecke in dieser das Auge heißt Sully hab das nicht kommen sehen du blockierst wohl irgendwie den Abfluss Großer wie ist das denn passiert tja ich bin ein Freund der Geschichte und meine Forschungen ließen vermuten dass die uralte Kornealkrone in diesen Ruinen verborgen liegt doch da stieg das Wasser und ich wurde bei der Flucht hier eingequetscht hm zu robust um sie auf die altmodische Art wegzukriegen Vorschläge ich hatte zufällig genug Zeit mir darüber Gedanken zu machen wenn der Wasserdruck hinter mir stark genug wird drückt es mich raus versuch es mal mit diesen Hebeln hier sind neben mir noch ziemlich gruselige Dinge drin also beeil dich natürlich nur wenn es keine Umstände macht was für ein Hebel so wäre ich der da oben hm wie kommst du denn darauf nur weil es markiert ist klasse du hast es geschafft ich spüre wie der Druck er spürst du auch seine Pupille oh da kommen noch mehr Zyklopen gehören die zu dir? nein versteck dich einfach schnell ich oh hallo Leute schön euch zu sehen oh verdammt Hilfe! ja zu klumpen ich hasse zu klumpen ich bin am sterben das kitzelt so leicht kann man mich nicht aufhalten schon wieder am sterben schon wieder am sterben schon wieder am sterben schon wieder am sterben oh gern geschehen weil ich mich mehr für Archäologie interessiere statt Menschen zu töten ach es ist keine Schande ein Nerd ja das ist es schnell zieh den alten Sully raus und der Weg ist frei oder auch nicht danke oh wow du bist nur eine Art Wirbelsäule wie cool oh nein ich hatte schon das Gefühl dass irgendetwas nicht ganz stimmt der Rest meines Körpers muss noch in der Ruine sein wir sollten ihn suchen was na toll ich finde den Synchronsprecher schön spaßig der macht einen guten Job ausnahmsweise im Gegensatz zu den meisten anderen hier vielleicht einer der bezahlt wurde ne war wahrscheinlich der Hausmeister aber der mag die Spiele so wie ich fühle mich endlich wieder wie ich selbst ich stecke trotzdem immer noch hier unten fest ich hab das alles wohl nicht richtig durchdacht was ich will dich nicht noch mehr in Anspruch nehmen als ich es bereits getan habe lass mich einfach hier zum sterben zurück das ist absolut okay Schnauze Nerd nur Spaß ich helfe dir wie du willst ich warte hier dann einfach ups ich glaube ich bin in irgendeine in der Giftfalle geraten du bist nach unten gefallen oder keine Widerbelegung keine Widerbelegung ich bin in den Säuresumpf gestürzt du meine Güte es funktioniert selbst nach all der Zeit solche Qualität wird heute nicht mehr gebaut was na los komm zu mir Koppel na los folge mir ich habe übrigens eine Million einehundertsechzig Münzen ne nun ja die Kornealkrone gehört traditionell den wahren Herrscher über alle Zyklopen sie besteht aus purem Gold und kostbaren Juwelen aber das interessiert mich nicht verstehst du ich könnte ein bisschen das Wasser steigt wir müssen verhindern dass es hineinläuft oder wir drehen um und geben auf eins von beiden es ist schön wenigstens einmal Gesellschaft bei einem ruinentauchgang zu haben normal bin ich allein wie schön wir haben es geschafft ist nicht böse gemeint aber eine Million einehundertsechzig scheint mir ein unverdichtbares Talent zu sein ich habe alle Talentpunkte in Waffen investiert ah verstehe nun du kannst dir oh man das ist wirklich gruselig ohne dich wäre ich da unten sicher ohne dich wäre ich da unten sicher ohne mich gestorben gut dass wir uns begegnet sind was ich habe dir einen Gefallen getan glaub mir selbst schuld weil du es versucht hast was ist das? die Krönung meiner endlosen Studien hinter verschlossenen Türen genau was ich gebraucht habe die Schatzkammer die ist hier mhm die Schatzkammer die ist hier mhm die fühlt sich wie eine Verlauung an so ein Mist lass dich verflummt nicht draufgehen Moni im Spiel oder in echt Niemand nimmt mir meinen Job weg im Spiel bin ich gut dabei nicht draufgehen das ist ja blöd wir müssen das alleine zu uns spielen als ob das dann das in das Spiel keinen Fallschaden hat dann hat er das die in die Riegewerk auch keinen Fallschaden ich weiß ich weiß es nicht ich kann es kaufen aber ich weiß es auch 60 Euro kostet wenn der Balldust geht er doch den Spiel schaden auf keinen Fallschaden soll ich weiß doch aber hat er das ähm ähm ich du hast nie in Erwägung gezogen aber du hast mir enorm viel Selbstvertrauen in mich und meine Person gegeben ich schätze ich werde deinem Rat folgen vielen Dank du bist ein Kumpel fürs Leben du bist ein Kumpel fürs Leben du bist ein Kumpel fürs Leben oh Entschuldigung ich hab da glaub ich was im Auge gleich mal die Schmelze anwerfen warum ist denn der Synchronsprecher so gut ich bin darüber wirklich überrascht tja wie gesagt vielleicht haben sie ihn bezahlt das war ja ich mein das war fast echtes Acting vielleicht haben sie ausnahmsweise mal jemanden bezahlt das ist das kann das kann mal passieren ja du meinst jemanden der der nicht einfach nur random gewählt wurde oder YouTuber ist ok hm ähm vielleicht gar nicht hatte 2k auch irgendwen von den in Anführungszeichen bekannten Leuten mal bezahlt ich guck mal ob es hier noch irgendwelche zuerst du meinst ist so weit abgeschlossen wir können dann auch zur Overlay einfach gehen muss man nachgucken ob das der Meister ist der Meister hat ja bestimmt auch wieder mitgesprochen der Meister ist jeder wenn ich wir haben es noch nicht kennst kennst das nicht der 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 hat bestimmt auch hier mitgesprochen Der hat gefühlt alles Mit jedem Film, jedem Spiel Der hat überall irgendwo Eine Stimme gesprochen Das ist Kannst dir aber sicher sein Oh Ein Kampf Cool Renn nicht immer in Kämpfe ran Würde ich ihn ja angreifen Würde ich ihn ja Du brennst schon auf Action, was? Der war schneller als ich Du musst du schneller sein Das wird dir jetzt nicht schwierig Hier Oh Stufe 51 sind die 39 Ja wie die Gegner scale für jeden individuell Was ein bisschen weird ist, aber Ah das heißt ich könnte auch mit dem Level 1 Gegner Äh Charakter hier eigentlich spielen Dann hast du wahrscheinlich Level 2 Gänger hier Ja Und es wäre genauso schwierig wie für dich Du meinst hier geht's Das ist vernünftig gebalancete Gegner in dem In dem Pen and Paper Regierwerk Nein, überhaupt nicht, aber in dem Spiel In dem Videospiel 2K kann viel, aber Überwiegend Videospiele Das ist ja nicht die Idee da, ja Na, der CR ist für den Arsch Aber ja Ich nehm mal hier die paar Quests mit Hier geht's weiter Krankenungswand Ich hab noch nie einen Kampf verloren Hey Willst du mein Geheimnis wissen? Sobald mich jemand angreift Werf ich ihm Sand ins Gesicht und lauf davon Das war doch dein Willst du noch nie im Christen machen oder was? Ich nehm die zumindest mal alle mit Da müssen wir hier nicht mal hinrennen Das ist der Maßlosigkeit Und das wird für Weggeholding Gegner und Sand in die Augen zu nehmen Das war doch dein Gegner Den muss, dass du Das du spielen willst Das war ein Ich will kein animiertes Besen spielen Außerdem ist das noch x Monate hin Was das je passiert Ich führe ein Beschwörungsritual durch Und das wird dir und jetzt In diese Welt zu bringen Damit wir ihn besiegen können Bevor er seine volle Macht erlaubt Auf der anderen Seite sind noch zwei Die wir mitnehmen können Das Ritual muss sorgsam vorbereitet werden Was wir gucken, ob ich da für Spieler finde Ansonsten muss man bei Auf der D&D Seite mal nachfragen Findest du wahrscheinlich keine Die Leute kennen dich leider Dann musst du auf dem D&D selber nachfragen Da finde ich bestimmt welche Da kennen sie sich noch nicht Ja Aber die D&D Paragor mit Monstern Das hat bei dir schon Also die D&D mit Monstern Mit Monstern spielen Hat bei dir schon geklappt Das war schon sehr schnell Als One-Shot sowas wusste ich Als Kampagne kannst du sowas wenig machen So eine One-Shot Mit Spielern die Monstern spielen Das ist eine Und ich will es mal leiten Ich hätte auch einen One-Shot In dem du In dem die ganze Gruppe Einen riesigen Fleischbole im Spiel Und jeder steuert so einen Arm Das kann auch cool sein Alternativ könnte ich hier auch mal Die Können Soldaten spielen Von den Die Bösen spielt Einfach Level 1 Fighter spielen Und dann schreibst du irgendein Horror Abenteuer Aber das mit dem Monster Das finde ich gar nicht schlecht Das muss man durchziehen Aber ist noch monat hin daher Jetzt noch nicht Wollen wir dann mal weiter oder? Ich mache hier gerade schon die Quest Da drüben bei der Mauer war die Quest Du siehst doch, dass wir hier gerade schon ein Arm Sonst kann ich die auch ganz kurz noch mal auswählen Die ich jetzt hier gerade habe Sonst kann ich die auch ganz kurz noch mal auswählen Du kriegst die permanent von Wennem gegen an Ja, das ist in der Büste so In dem Verlust da drüben Hier wollen wir hin Hier wollen wir hin Oh, er sagt, dass er besser sehen kann Und du dich dem Auge näherst Er sagt, dass er eine Oase Und eine Art Schreien sehen kann Was ist denn das, Mann? Ich weiß nicht Was ist das für eine Scheiße? Mach doch gar nichts Na, bitte Also Ich weiß nicht, ob wir hierhin müssen Die Quest war gar zwischendurch gewechselt Das war trotzdem nervig Ne, ist nur ein Kampf Die Dungeons sind immer nur Kämpfer Weißt du doch Tod ist zu gut zu dir Bleib mir vom Leib Ich strecke Hält von einem warmen Blut niedergestreckt Wir werden Ich habe glaube ich eine ganz gute Technik für die hier Für die Damen Werde geläutert Oh, oder so Das ist eine gute Technik Ich renne rein Ja, ich lasse sie zu mir kommen und jobben Ich finde den Freitag voll cool Offensichtlich kriegen wir einen Schreinteil Mit den Würfeln Und eine Abkürzung Wozu ist sie so nützlich? Wenn du ihr einschlappst Wenn du ihr einschlappst Oh, der bin 39 Oh, Mythosang 12 Ach du, der bist sozusagen Mythosang dann weiter Wenn der 14-Jährig teilt Äh, ja, genau Ich kann entde... Du hast dann immer verschiedene Auswahlen Zwischen Druiden, Erzmagier, Kriegenmeister, Scharfschütze und so weiter Das wechselt dann immer Ich nehme mal Einstimmung noch ein bisschen was mit Hier müssen wir rein Oh, der ist noch ein Würfel Moment, ich habe noch ein Würfel gefunden Wichtig Dann nehme ich ihn mit Wieder ein Kampfgebiet Immer Aber die machen ja wenig Spaß Die sind schon kurzweilig Und nicht schwer Die Kälte schneidet wie ein Messer, nicht wahr? Wie viele Kampfgebiete machen wir noch, bis wir zur nächsten Quest weitergehen? Äh, das ist die Quest Die Leben-Quest für den meisten in den Kampfgebieten Lass uns mal mit der... Da gab es was bei der Wand Mit der Wand kriegen wir... Glaube ich durch, dass wir da auch wieder so gut sind Wir machen einfach das, was auf dem Weg liegt, würde ich sagen Wir gehen hier ganz entspannt rein Nichts für die Kampfquests Das ist das Hauptgameplay Du sagst nie Ja, diese sehr komplexen Rätsel und die tiefe Story Okay, das ist eigentlich das, worum es in diesem Spiel geht Ich weiß Ich weiß, was die Jetzt wird was leben und später viel ernten. Kampf bestanden. Nein. Wo ist das Portal? Das ist wieder ein zweistufiger. Das ist wieder ein zweistufiger Kampf. Gut. Nochmal dasselbe. Nochmal dasselbe. Spielt dasselbe wie doch mal. Ja. Ich weiß nicht was hier im Hintergrund los ist. Irgendwie geht gerade die ganze Zeit irgendeine Tür. Ich weiß nicht warum. Okay. Dann schließt sie zu. Ich kann meine Tür nicht schließen. Die Griffe sind kaputt. Wenn ich die Tür generell zu mache, dann bin ich hier eingesperrt und werde hier verhungern, verdursten und mich einpissen. Dann besuch die neuen Griff. Haben wir glaube ich kein Recht zu das zu reparieren. Wir wohnen noch zu Meter. Dann besuch die Hand. Dann beauftrage den Vermieter damit das zu tun. Es ist schon von Anfang an passiert. Wieso hat Zed fanastisch kein Recht darauf Sachen zu reparieren. Ich weiß nicht, ob wir Handwerk uns weiter mit irgendwas beauftragen müssen. Und ein Schloss selbst einbauen. Ich traue mir viel zu, aber das nicht. Da hinten bist du. Ja, ich habe hier keine Gegner. Ich habe noch einen Gegner und das ist glaube ich ein Auge gewesen. Ich habe keine Ahnung wo der ist. Und auf der Karte wird angezeigt. Ah, hier ist er. Ab ihn. Ab ihn. Ab das Auge. Oh, er sagt du solltest zu ihm zurückbringen. Hier dein Auge. Es tut so gut wieder sehen zu können. Danke dafür. Sieh dich in meinem Geheimraum noch einer Belohnung um. In seinem Geheimraum. Ein Schreinteil glitzert in der Sonne. Äh, 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 glitzerlich, äh, glitzert. Oh, eine Million 400.000. Sehr schön. Fast zwei Millionen. Wir sollten mal einen Abstecher in die Stadt machen und die Millionen auch ausgeben. Oh, was ist das hier? Wo, wo gehen wir jetzt hin? Schaut nur. Ein Sack Leis auf Steppen. Äh, die Nahkampfverbesserung aufheben nehme ich an. Du wirst von zwei Typen verfolgt. Der Zauberer versteht euren Nahkampf. Jetzt könnt ihr die magischen Barrieren zerschlagen, die die Götzen beschützen. Es ist vollbracht. Und jetzt geh. Die Zukunft wartet nicht auf uns. Jetzt können wir die Sachen kaputt machen. Die uns die ganze Zeit genervt haben. Und was für Sachen. Achso, diese roten Barrieren hier. Ja, vermutlich. Hey. Sieht so aus. Und hier ist ein Tempel. Ja, nice. Überfall von einer wunderbaren Abstauber. Was hältst du von einer kurzen Steampause? Von mir aus. Können wir danach dann mit dem nächsten paar Tempel weitermachen. Und die Barrieren zerstören. Und Würfe sammeln und Zeitquests machen. Ja. Ja, und alles andere machen. Wird sehr spannend. Ja. 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 Nein, das machen die ernsthaft, oder? Die gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drunter bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg noch mal zurück, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Zeit hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestützer am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause ist sinnvoller als das. Dann lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind ins dich steckt... Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal wirken. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer? Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Irgendwie klappt das nicht. L. Aha, ok. Oh Dinkel Maustaste! Ich glaube ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine. Warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du das nicht tun? Ja. Ja. Natürlich. Ja. Diese Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frank gefühlt, die Stimme überrascht. Ja. 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 Die Grüfe von der Gemeinschaftsraum, die Grüfe von der Stabsieder, um genauer zu sein. Parfüm, Parfüm, die Grüfe von der Gemeinschaftsraum haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Die Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Wir haben jetzt sogar Flopilber gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Die Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Was jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Freiheit! Bis draußen ist am Jens. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel auflegt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Das war's. Das war's. Es hat niemand gefragt, ob er überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was und eine dünne Säule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein! Da muss der Fläscher-Pos-Sprecherhunde. Nein, da bist du unten mit Haber und Ketchup und so weiter. Nein! Ich habe gar nichts gemacht! Aidenwald! Er wollte mich nur beschütten! Er wollte... Dir reicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Nein! Nein! Wir weg! Mälst ihn! Hälst du! Der scheiß Vater! Geh in das Zimmer! Wirst du deinem Kind nicht wehtun? Was für ein neuer Vater! Wie ist er die Strohung mitzulast! Ah! Morgenflüsse, da ist alles alles blau! Sowas kann ich sehen! Und da hinten! Und du bist das drin! Ich habe Angst vor dem Monster, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süße. Stimmt, alles gut. Oh, nicht, wirklich. Halt den Maul! Gibt dir Zeit mit dir, man hat doch heute. Halt den Maul, Arsch. Halt den Maul, Arsch. gesicht ist es kommen die das uns gehen ja ist ja doch nicht rum Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. es sieht so aus als ob ihr nicht ganz die attraktion seid mit ihr euch haltet ihr seid nur drei absolute dummköpfe in einem großen knover na sehr toll haben sie der zeitmaschine verpflanzt ich bin froh dass das erledigt ist sieht so aus als wir wieder alles in ordnung du musst sie überwältigen die haben mich gerade entdeckt die kommen jetzt gerade zu die zu mir raus hier ich bin aber auch draußen draußen ich bin bei dir draußen moddy oh mein gott du bist was das auch eine idee ich habe ja mit den flint abgenommen das ist der alter mann das sind weggerammt und kann ohne geklaut das war ein alter mann natürlich habe ich dem die flinste geklaut ich habe eine flinste und aus okay neue klamotten ohne nähmaschine ein platten spieler ich habe mein ziel erreicht die haben kauberhüte auf dem bild auch klamotten und wir können uns umziehen das ist ein schrank zu ziehen ich setze ich ziehe mich um ja ich komme gleich kann ich auch was mit dem bild machen ich will es auch noch verunstalten ich habe eine klamotten angezogen oh mein fucking gott ich hatte recht jetzt zieh du mal deine heftige kleidung aus ja ja das wort ist halt leider viel zu realistisch 3-2-play 3-3-2-play-game das haben wir ein bisschen das ist ein bisschen zu verraten das ist ein bisschen zu verraten das ist ein bisschen zu verraten ... ein Headface-Konto um uns zu anwenden, wenn wir uns verhindern können. Anwenden Zugriff auf Deine Fotos, Dokumentbank, Konten um uns DNA-Sequenz aber mitverlösen. Okay, können wir jetzt spielen? Oh, komm! Ich hab' dir gesagt, User, es ist nichts wehrlicher als ein Spiel zu spielen. Ich hab' den Vertrag in Kniebeschnung gelesen und mein Kniebe-Zeichen dazu. Auf jeden Fall. Ein Sieg! Ich hab' gewonnen. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Diese 22.30 Uhr kommt heute, schau, die würde ich gern gucken. Bis dahin... Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Das sind noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Noch ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich. Ich mein, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch, aber... Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen einen Sperromschlüssel. Ja. So. Hast du schon ein paar Kämpfe gemacht, während ich in der Pause war? Einen. Weil ein Typ mir hinten reingerannt ist. Wir machen jetzt noch 25 weitere Kämpfe, oder? Wir machen jetzt einfach ein paar Zeit. Übrigens, ich entschuldige mich, falls im Hintergrund gebohrt wird. Irgendwann ist es für nötig, am Sonntagabend zu bohren. Mhm. Hey, jetzt kann ich auch mal sagen, hier wird gebohrt. Soll ich mich darüber aufregen? Ich hör's grad noch nicht, aber... Nee, ist jetzt zweimal passiert. Aber man hört ja auch nicht das Kind von unten schreien. Also... Ich weiß nicht, ob das auf meinem Mikrofon das rausspielt hat oder nicht. Bei mir... Bei mir ist... Bei mir wohnen auch... Wir brauchen auch mehrere Familien in der Nähe. Hier sind auch irgendwo keine Kinder. Bis daher... Du meinst in deinem Drogenhaus? Scheinbar ja, oder in der Nachbarschaft. Aber man hört's auch nie in der Aufnahme und... Ich hör's auch selten. Also... Ja, es geht mir auch so. Meine Mutter ist da sehr empfindlich. Die... Sie steht gefühlt jeden Tag sogar auf, dass mit diesem Kind da irgendwas nicht stimmt. Sie kann doch nicht den ganzen Tag nur schreien. Ich hör's, wenn's hochkommt, einmal die Woche. Leicht. Also wenn... Alles ruhig ist. Die Nachbarn, die links und rechts nie mehr wohnen, die höre ich regelmäßig. Das ist... Die sind... Also ich verstehe teilweise deren Gespräche. Also die Wände hier sind dünn wie Papier. Das ist also... Ja, du hörst aber auch gefühlt alles. Du hörst auch meinen PC im Hintergrund rauschen, wenn du einen schlechten Tag hast. Ja. Also... Aber die Wände sind hier wirklich dünn wie Papier. Das ist... Also wenn da... Ein bisschen lauter ist. Ich seh's bei uns tatsächlich nicht so. Bei uns sind die Wände gut gemacht. Also ich hör... Nicht. Ich hör alles was in die Nachbarn. Deswegen vermute ich, dass die auch nicht hören. Das dann... Zumindest hör ich da alles. Sag doch mal... Schönen guten... Guten Tag in einem von deinen Videos. Beim nächsten Mal. Ja. Ich glaub nicht, dass die das juckt. Ach... Sind es... Sind es diese Asozialen oder was? Ich glaub hier in meiner Nachbarschaft lebt es sich ganz gut damit, wenn jeder seine eigenen Probleme nachgeht und... Jetzt wird gebohrt! Was hast du gehört? Wenn jeder seinen eigenen Scheiß macht und nur... Wenn ich gehört. Ja. In Game Sounds waren lauter als dein Geboren. Ja. Ach Gott, das nervt wirklich sehr. Du kannst mich später wieder... Ich hör's halt nul. Also... Ich mach dich gerne so rum. Ja, aber ich. Und es irritiert mich. Ich mag es nicht. Dann geh runter und sag, wie mehr soll ich fahren. Ich weiß nicht, ob das unten oder oben ist. Und ich kenn meine Nachbarn nicht. Also ich kenn einen Nachbarn. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich kenn einen Nachbarn von uns. Der ist sehr nett. Und ab und zu sieht man sich mal im Treppenhaus. Da sagt man, guten Tag. Aber mehr Kontakt ist halt auch... Ich tue mein Bestes, da Kontakte zu vermeiden. Du in deinem komischen Drogenhaus. Du hast auch viele Polizeieinsätze. Das ist zwei, drei Jahre her. Das ändert sich, als hat er, dass sie stattgefunden haben. Es ist aber scheint hier in Außengebieten... In Außengebieten von Großstädten generell umzug zu sein. Das ist irgendwie... Ja... Einer hat mal von der Schießerei erzählt. Und bei Sicht ist das... Das ist mal hier... Also in Großstädten gibt es immer jede Sachen. Einwürfel. Was ist jetzt? Da drüben eine Vokale? Irgendwann machen wir da noch nicht. Also finden wir jetzt noch irgendwas mit halbwegs Story drin? Oder machen wir jetzt für nächste halbe Stunde... Wir gehen alles durch. Ich weiß nicht, was Story hat und was nicht. Wir hatten noch irgendwas mit einer großen Wand, wo wir hin sollten. Aber das hast du abgebaut für... Die große Wand haben wir schon vor drei oder vier Films gemacht. Das war das eine komplette Story-Gebiet. Wir hatten gerade noch eine Quest hier. Da kam noch das Wand. Da gab es noch irgendwas. Wir machen jetzt erstmal einen Zauberer hier. Da kam die Leute ganz woanders hingelaufen. Setzte sich das Katz-und-Maus-Spiel über mehrere Jahrhunderte fort. Die aktuelle Anzahl der Meere reicht mitunter bis in den niedrigen vierstelligen Bereich. Je nachdem, welchen Piraten man fragt und wie viel Limo er bereits getrunken hat. Die Spielleitung ist minderjährig, das ist Alkohol. Eigentlich. Ja. Warum kämpfen wir jetzt für den Globs? Ja, weil die hier im Tempel sind. Zieh deine Schuhe aus, wenn du totbesuchst. Übrigens, ich habe ein paar Spielern gespielt jetzt. Am letzten Montag und auch jetzt am Freitag. Da habe ich einen großen Spielernabend gemacht. Ja. Das waren ganz interessante Spiele dabei. War was Gutes? Gestern habe ich zum Beispiel hier, wie hier ist Dustbone, habe ich gespielt. Die Demo. Das war... Das hat dich auch angeblich nicht. Das war was für ein Spiel? Das hat so ein bisschen... Also vom Zeichen-Stil erinnert es ein bisschen an Borderlands. Vom Grafik-Stil ist es ein bisschen Borderlands. Und im Trailer... Im Trailer war es... Im Trailer ist wohl auch so ein bisschen Borderlands-Humor. Hat es wohl auch im Trailer. So in der Demo hat man davon nichts gemerkt. Aber der Trailer war sehr Borderlands-Humor-mäßig. Und es hat uns... Die Demo hat... Der Demo hat man von anderem relativ wenig gemerkt. Aber es soll wohl später auch relativ Cyberbank gemäßigt werden. So... Das war aber nicht das mit dieser Sand-Text und dem Wohnwagen, oder? Nö. Doch, mit einem Wohnwagen war das mit so einem... Okay, dann weiß ich es so. Der eine hat auch solche... Der eine hat auch irgendwie solche... ... solche... ... solche... ... solche... ... solche... ... wie Lilith in Borderlands. Also es ist irgendwie schon... Und es ist... ...und... ... mindestens zwei Charaktere haben... ... Prothesen. Also irgendwie es scheint schon so ein bisschen Cyberbank-mäßig angehaucht zu sein. Wenn nicht komplett Cyber... Es gibt Roboter... Es gibt eine... Es gibt eine... Es gibt eine... Es gibt Cops, die irgendwie... Die auch halbfrohere Roboter sind irgendwie... Also... Und es erinnert mich... Es erinnert mich... Es erinnert mich... Es erinnert mich... Es erinnert mich stark an die... An die eine... Den... 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 Den wir am... Cyberpunk-Universum hatten. Wir haben mal... Für den Scream... So eine Cyberpunk-Runde gespielt. Wo wir... Auch in einem Truck unterwegs waren... Und haben... Dort uns... Durch einen... Auch so... Durch einen Hangar in der Wüste gekämpft. Und... So ungefähr war die DM aufgebaut. Das hat mich sehr... Das war... Als letztlos von diesem Spiel abgekupfert. Ungefähr so... Auch wenn ich mit dem Ding... Nicht mehr zu tun hatte... Als ich versucht habe... Die Story irgendwie beisammen zu halten... Aber ja... Aber genau so hat es sich angefühlt... Wie die... Wie die... Und nicht an die Runde anders... Die wir in Cyberpunk gespielt haben... So ungefähr... Ja... Ich erinnere mich... Ich... Ich erinnere mich an... Wir fahren nachher... Das Sega verkaufen das Zeug... Und werden mit unter die reichsten Leute... Dieser... Settings... Also ohne... Ohne das mit den... Drogen war das dann... Das hätte ich... Das hätte ich in der Wüste... Und ein Hangar und ein Truck... Das war... Das war... Das hätte ich... Und ich glaube mit Drogen hat es auch mal gewusst... Am Ende waren sie irgendwie von der Drogenfarmen... Aber... Die von den Cups hochgenommen wurde... Man musste dann mit einem Baseballschläger... Der... 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 Der jetzt Fernkampfer verdient... Gegen die... Die... Die kämpfen... War interessant... Ah ja... Mir ist... Mir ist sehr gefährlich... So... Kann ich empfehlen... Ich glaube die Demo müsste noch online sein... Der... 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 Da hat man aus mehreren Perspektiven... Das war ein bisschen verwirrend dann... Weil man... Weil man irgendwie mehrere gleichzeitig spielen musste... Das... Ich hoffe das nimmt dann später nicht zu überwand... Ähm... Man musste dann noch... Also in der Demo habe ich... Ich habe die nicht ganz zu Ende gespielt... Weil sie war ziemlich lang... Ähm... Man spielt dann irgendwann... Alle gleichzeitig irgendwie... Und nebeneinander... Einmal ist... Grundsätzlich die Haupt... Die... Die Story von einem... Kleinen Mädchen... Das seine... Das... Seine Schwester verloren hat... Und... Und... Jetzt... In der Stadt irgendwie... Dann anfängt... Zu ermitteln... Was... Was dann tatsächlich mit der passiert ist... Und... Dann erst mal die... Sie kann irgendwie mit ihrer... Mit ihrer Schwester den Geistes reden... Und alle anderen können das nicht... Und... Und sie muss dann... Sie muss dann irgendwie... Und sie versucht dann... Den anderen Beistand zu leisten... Weil sie... Weil sie irgendwie weiß... Dass sie noch... Weil sie... Weil sie ja mit der reden kann irgendwie... Und deswegen... Fühlt sie sich irgendwie als Beschützerin des Dorfes... Und... Macht da so ein bisschen... Dann spielst du... Dann spielst du... Aber auch aus den anderen Perspektiven... Von einer Ärzten... Dann durst du dann... Und noch spielen... Die irgendwie... Hier und dort... Dann aller Seite... Irgendwie allen helfen will... Und irgendwie noch nicht... Aber sich selbst nicht helfen kann... So ein bisschen... So ein bisschen... Ist irgendwie wie... Wie ein komisches Real-Life... Pen & Paper... Bloß du spielst alle NPCs... Wie sie ist... Ja... Es... Klingt... Irgendwie... Das war ganz... Äh... War... War... Ziemlich... Ziemlich... Ziemlich durcheinander... Muss ich sagen... Aber es war trotzdem... Also die Story war sehr interessant... Es war ein bisschen... Das Spiel hätte ich dann doch zu sehr gezwungen... Dann den Charakter zu wechseln... Also... Zumindest in der Demo... Im Hauptspiel dann wahrscheinlich auch... Also... Also... Ich wollte eigentlich noch... Dem... Dem Mädchen zuhören... Was die gerade im Gespräch machte... Da hat das Spiel aber pausiert... Und hat gesagt... Jetzt geh mal über was... Zu dem dort... Und hör dir mal weiter zu... Weil das ist gerade wichtiger... Das war so ein bisschen... Ja... Das war so ein bisschen... An manchen Stellen... Dass das Spiel einen doch zu sehr performant wird... Aber trotzdem... Insgesamt ein gutes Spiel... Für mich... Ja... Wenn du jetzt noch den Titel kennen würdest... Wie hießen das... Ähm... Closer... Closer to... Closer to... Closer the distance... Was ist das? Okay... Gut... Dann weiß ich was du meinst... Ja... Hast du auch gespielt... Da steuerst du... Ne... Ne... Aber ich hab... Ich war bei der Ankündigung dabei... Ich hab ja das ganze Summer Games Fest mitgenommen... Hm... Du steuerst irgendwie alle... Ja... Du steuerst alle... Und musst versuchen die Beziehung zu verbessern... Hm... Deren einzelnen Geschichten... In der Demo hat es halt wirklich einen ziemlich... Das fand ich ein bisschen schlecht... Weil es halt einen wirklich performant hat... Weil es halt irgendwann... Weil es dann irgendwann hieß... Jetzt... Ne... Jetzt darfst du nicht mehr das weiterverfolgen... Was die macht... Sondern jetzt geh mal zu dem darüber... Und das war ein... Das hat mich manchmal ein bisschen... Ja... Ne... Aber ich will jetzt den anderen jetzt... Ich will das nicht hören... Ich will jetzt bewusst sagen... Ich will das bewusst jetzt ignorieren... Lass mich das bitte spielen... Ich will jetzt bitte... Jetzt mal auf so... Also wenn ich... Das würde ich mir noch dafür wünschen... Ansonsten... Es war auch die Wahrheit... Ich will jetzt mal einen... Körper nicht so spielen... Ich meine gerade eben... Oh... Der Glücksfaktor steigt... Hm... Was denn das hier? Keine Ahnung... Es ging ganz woanders... Ja... Ich bin auf dem Ziel... Sei bunter gewesen... Als ein Feldblumenkranz... Wo das Gericht herfährt... Gibt es noch mehr davon... Redet einfach mit dem Poeten... In den Erwerbungen... Noch mehr Kämpfer... Ne... Alles ist Kämpfer... Die letzte Götze ist ganz nah... Vernichte seine Verteidiger... Und... Wenn man dann nicht doch die ECs spielen... Um noch ein bisschen Story zu haben... Also... Zeit kurz... Einfach mal vernachlässigen... Oder hast du wieder den... Wir... Wir können... Wir können den Berg als nächstes machen... Das ist noch ein neues Gebiet... Die Quest ist ganz lustig... Die es da gibt... Achso... Wir hatten heute schon Story... Wir hatten das ganze neue Gebiet... Ja... Zum Glück kenne ich Millionen Wege... Um jemanden zu töten... Ich habe keine Waffe... Ausländerer... Du kannst auch einfach... Mit Nahkampf angreifen... Joa... Okay... Ja oder du machst das... Die sind noch Gegner... Aber diese... Die Pistole... Die hat zitiert... Unendlich Munition... Wie es ausschaut... Die wird nicht alle... Das ist nicht schlecht... Ach... Die Götzen... Platziere sie auf den... Freien Punkten des... Beschwörungskreises... Ich muss erst mal zu dir kommen... Ich muss fliegen... Ich werde fliegen... Ich werde fliegen... Für die Götter sind wir nur... Spielzeug... Siehst du das denn nicht? Ich habe die Seelen von tausend Krähen in einen neuen Flugzauber gebunden... Aber... Äh... Aber mir fehlt eine spezielle magische Essenz... Um ihn zu wirken... Holen sie mir aus dem Verlies in der Nähe... Während ich die toten Seelen im Zaum halte... Schon bald wirst du zu uns gehören... Hahaha... Ja... Wo müssen wir jetzt... Wird sind platzieren... Auf dem anderen Ende... Der Map... Aber ich würde sagen... Wir gehen nach der Quest auch einmal kurz in die Stadt... Dann können wir noch unsere... Unser Geld für Upgrades ausgeben... Und dann... Okay... Let's go... Dann machen wir ein neues Gebiet von... Dann machen wir den Berg... Und dann... Was sind du hier? Hier sind noch mehr... Nebensachen... Ach... Armer Krabbi... Ich hab immer noch seine Zwickspuren an meinen Fingern... Tja... Was gibt's sonst noch so zu... So zu... Quatschen... Ich hab mich ausgequatscht... Ich habe keine Dinge mehr zu erzählen... Ja... Ist auch bei Nia gerade... Erstaunlich... Wenig los... Ja... Die Prüfung endlich überstanden... Und ich bin... Ah... Lief gut... Ich bin sowas von durch... Ich bin da... Ich... Ich bin... Ich... Ich... Merke wie die... Wie die ganzen... Wie soll ich sagen... Die... Die Prüfung hat mich nicht nur psychisch... sondern auch physisch kaputt gemacht... Das war ein bisschen... Ich könnte jetzt eigentlich... Ich... Ich... Ich bin sowas von urlaubsreif... Ähm... Ja... Schön... Du hast dann ausgedacht... Jetzt erstmal arbeitslos Urlaub machen... Nö... Ein paar Wochen... Muss leider noch in dem Betrieb aushalten... Ähm... Zeit abs... Zeit absitzen und... Ich bin so ehrlich... Ich glaube... Wenn du jetzt sagen würdest... Du willst keinen Urlaub nehmen... Würde keiner erst dagegen haben... Weil die es eh Klasse brauchen... Du... Doch... Das ist... Hast du es versucht? Ich habe es am Freitag mit denen besprochen... Da haben sie gesagt... Nö... Komm am Montag... Ja... Gut... Ja... Aber es ist... Es kann sich nur noch... Es kann sich nur noch... Es kann sich nur noch... Es kann sich nur noch um ein paar Wochen handeln... Es ist dann ein... Zwei Wochen noch... Dann habe ich eh den bescheiden... Ich kann das dann nicht mehr hängen... Das ist das... Und dann... Drei Jahre später... Wartest du immer noch... Auf diesen Bescheid... Nö... Ich komme zum Glück... Relativ schnell von der ERK... Nächste Woche... Wenn ich nochmal machen... Es ist dann... Es gibt auch nicht wirklich Sachen... Die ich da machen kann... Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht... Dass das da bin... Aber... Es gibt nichts... Es gibt keine Aufgaben für mich... Was ich da tun soll... Aber... Da werde ich halt die Zeit ein bisschen... Werde ich mal ein bisschen... Glaubst du vielleicht... Soll ich dir vielleicht... Ein bisschen... Sehr günstiges... Sehr schlechtes Supermarkt-Sushi rüber schicken... Und du hoffst das Beste... Nö... Ich... Ich werde... Ich werde einfach... Stellenrecherche machen... Und mal ein bisschen... Schon mal nach Bewerbung gucken... Dass ich mich da schon mal... Während der Arbeitszeit... Ja... Wenn sie mir keine Aufgaben geben... Wisch bitte unsere Garage... Mit einer Zahngürste... Jetzt... Wenn die nächste... Nächste Woche mach ich dann... Mach ich dann... 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 Wenn es jetzt noch ein enger läuft... Dann... Ja... Nächste Woche gäbe Urlaubsschein... Einfach... Einfach beim Arzt sagen... Dein Chef mobbt dich... Gebt er dir frei... Ne... Ich sagte mir jetzt ehrlich... Wie das ist... Dass dann... Ich dachte... Ich sitze da rum... Nach der Ausbildung... Ich hab hier nichts mehr zu tun... Und das belastet mich psychisch... So sehr... Dass ich... Na... Wenigstens bin ich nicht total gefühllos... Die Natur ist ebenso schön wie tödlich... Nicht wahr? Komm zurück... Ich muss die Creme... Fertig stellen... Okay... Das hab ich jetzt aus Versehen mitgenommen... Kommst du endlich mal rüber hier? Ich weiß nicht wo ich bin... Und wie ich... Und wo du bist... Und wie... Ich versuch den Questmachern zu folgen... Ich hoffe das auch nur so sehen... Sehe ich grad nicht auf der Karte... Tja... Ich scheine mich den Questmachern zu nähern... Ja... Ich seh dich jetzt tatsächlich wieder vom Namen her... Da bist du... Wie komm ich da hoch zu dir? Mit den Geysieren... So wie schon immer... Wie ist die Welt einst entstanden? Wie ist die Welt einst entstanden? Wieso ist sie in mehrere Kontinente unterteilt und mit verschiedenen Biomen überzogen? Welche komplexen tektonischen Vorgänge ereignen sich auch jetzt noch unter unseren Füßen? Diese Fragen stellte sich Nilofair... Der Negeologie-Kanal... Ungeschaltet... Auf dem Scheiterhaufen... Als sie völlig unabhängig davon für Versicherungsbetrug verbrannt wurde... Macht Sinn... Ich rufe dich... Verschlinger von Welten... Ich rufe dich... Sternenfresser... Ich rufe dich... Sowal... Das Portal ist geöffnet... Schreite hindurch und töte Sowal... Verbrannt... Auf dem Scheiterhaufen... Das wird man doch nur auf dem Finanzamt... Ist doch... Ja... Ist das letzte Woche hier auf dem öffentlichen Dorfplatz passiert? Das macht doch sonst nur das Finanzamt... Wegen... 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 Wegen Versicherungsbetrug... Das wird das dann nicht... Aber... Wegen Steuersachen... Nur das Finanzamt... Und wenn du die GEZ nicht bezahlst... Dann wirst du auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt... Nee, nee... Dann kommen die einfach mit ihren Anzügen... Und... Und... Schneiden wir die Kniescheiben raus... Mhm... Achja... Und wenn du... Und wenn du ohne Straßen... Oh... 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 Also die Vergehen in Deutschland... Du musst doch vorsichtig sein... Das sind die... Das sind die schlimmsten... Damit enterst du deine Familie... Und das ist doch nicht immer... Oh... Das sieht nicht gut aus für dich. Ausgeschaltet. Ja. Ja, mal los. In 100 Jahren wäre er zu stark gewesen. Kehre zu mir zurück. Die Jahre sind jetzt nicht so eine lange Zeit, Spanne. Einen großen Kosmos. In 100 Jahren Pups. Die Zukunft strahlt hell, dank dir. Aber es gibt noch andere Gefahren als nur Soval. Nimm diesen Zauber und besinne dich deiner Stärke, wenn der schwarze Wind aufkommt. Ah ja. Ich habe einen kleinen Kampf, weil ich bin kurz vor 1140. Mhm. Und wir wollten eigentlich zum Bergchen gehen. Ja. Uh, der ist auch nicht schlecht. Wir wollten erstmal in die Stadt. Eigentlich. Damit wir unser Geld für Upgrades ausgeben können. endlich mal. Oh je. Ich bin, wie gesagt, auch ziemlich durch. Ja. Ja. Ähm. Ja. Was noch los ist, es sind ja 18 Minuten Life is Strange Gameplay gedroppt worden. Ja, die habe ich mir bewusst nicht angeguckt. Ähm. Weil, weil, weil ich da, weil ich mir gar nicht spoilern lassen wollte. Ich habe es mir angeguckt. Die sind relativ spoilerfrei. Es ist der Anfang des Spiels. Ist ziemlich cool. Ja, ich, 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 ich muss das, ich muss das, ich muss die Sachen alle meiden. Ich will da nichts mehr zu tun. Ich will da nichts sehen. Nix hören. Nix. Also ich, also ich kann dir spoilerfrei sagen, es ist ziemlich cool. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Ist tatsächlich auch der erste Teil, wie gesagt, den ich tatsächlich spielen werde, weil es außerhalb es mal nicht um irgendwelche Jugendlichen mit ihren Problemen geht. Man kann das auch nicht. On top von einer zu, von einer zu, zu komischen Story. Sondern es ist einfach nur. Hübsch. Ganz blank. Äh. Ein schönes Murder Mystery bisher. Mit persönlichen Beziehungen. Das mag ich eigentlich sehr gern. Oha. So, ab geht's hin gemacht. Ich hab's Leerauch. Leerauch. Ich mach noch, ich mach noch Charakter. Customation. Ja, da muss ich auch mal rüber. Ich hab ein paar ganz coole Sachen freigeschaltet mittlerweile. Was kann denn der neue Zauber, den wir grad bekommen haben? Der klang ganz cool. Ich hab's hier raus, geht's. Oh, der wird dir gefallen. Mhm. Was denn Solo... Du wirst einen neuen Zomb modeCI festlegen. Du wirst einen neuen Zombog break-schettet. Wir haben beide den Kalf als Quest belohnt bekommen, ja. Hier richte ich die jetzt. Das ist das Muster, das ich hier gemacht habe. Nein, aber. Das ist das Muster, das ist das Muster. Ich glaube, mein Kampf hat einen Organstab gefressen, er möchte jetzt. Wo geht's zur Schmiede? Hast du den Weg wieder vergessen? Wie üblich. Der Automaten. Unfassbar. Ich dachte hier, aber wo war das Ding? Hier. Ah, jetzt kann man endlich sein Beuteglück erhöhen. Schön. Weiß ich schon, auf was ich gehen werde. Jetzt kann ich die Stoffen nochmal verzehnen. Schmiede. Das war's für heute. Ich hol mir mal kurz was zu essen. Verzauber nur meine Wappen. Okay. Da krieg ich Munition her. Ich bin wieder da. Da gab's noch eine Dämonen-Sache, die... Oh ja, stimmt. Moment. Ich aktiviere sie mal. Wenn wir schon da sind, ja. Ja, gib rüber. Das kann ich gebrauchen. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Noch was für meine Schrott-Sammlung. Ach, das ist Schrott. Ich warte schon mal hier. Ich verkauf gerade Sachen. Hab ich mir gedacht. Ach, das ist Schrott. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Ach, was für eine Schönheit. Nehme dich. Wo hast du das denn gefunden? Wir sehen uns wieder. So, wo muss hin? Hier. So. Ich bin gerade ganz wunders. Schlecht. Dann müssen. Du hast meinen Wirtskörper getötet. Also wirst du mir helfen, einen neuen zu finden. Hör zu. In den Katakomben unterhalb der Stadt trifft sich ein Hexenzirkel. Sie Hexen zu nennen, ist sehr großzügig. Eigentlich sind es vielmehr gelangweilte Hausmänner und Frauen. Sie versuchen ständig Dämonen zu beschwören und scheitern dabei. Dennoch haben sie das schattengeborene Grimoire in ihrem Besitz. Du musst es zurückholen. Okay, gut. Wie mache ich das? Wie du vielleicht bemerkt hast, ist da ein verdammt großes Tor im Weg. Öffne es. Die Tür ist fest geschlossen. Hahahaha. Ja, das stimmt. Hör zu. Ich kann das Ding öffnen. Aber ich muss meine Kräfte durch einen Wirtskörper kanalisieren. Also durch dich. Aber dafür bist du zu rein. Ich könnte dich nicht übernehmen, selbst wenn ich das wollte. Was ich nicht will. Gute Menschen sind ähm eklig. Also muss deine Seele beschmutzt werden. Tu was? Beschmutzt. Du könntest die Bewohner der Stadt um ihr Geld betrücken. Beschmutzt. 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 Oh, das klingt falsch. Können wir nicht was weniger Böses tun, wie ähm uns vordrängeln? Sö Guxis denkt über deinen dämlichen Vorschlag nach. Ah, na schön. Das ist ein bisschen böse. Um das mal klarzustellen. Wir tun böse Dinge auf Geheiß eines Dämons? Das ist sehr uncharakteristisch. Komm schon Fred. Hab mal Spaß. Ihr wolltet auf die Belohnung, oder? Ich könnte die Stadtbewohnerung grad in der Nation bringen. Okay. Aber ich ändere dafür nicht die Ausrichtung meines Charakters. Das wird ein Morrigan. Was zum Ende. Ein Morrigan? Genau. Ist das ein Zauber, den ich nicht kenne oder sowas? Nein, das ist... ach egal. Was willst du? Ich bin ein äußerst wichtiger und beschäftigter Mann mit eigenem Namen und Hintergrundgeschichte. Hallo. Ich sammle Spenden für die... Anonymen Apathiker. Eine Gruppe, die denen hilft, die ganz schlimm von dieser... Langen Weile erwischt wurden. Nicht, dass mich das kümmern würde. Hm. Na gut. Zum Glück bin ich sehr reich und mein Herz ist groß und voller Liebe. Bitte sehr. Daran merkt man, es ist ein Fantasy-Spiel. Ja. Ich hab ein bisschen Geld gesammelt. Ich kann leider nicht an die Tür kommen, weil ich... Möchtest du nicht für eine gute Sache spenden? Spenden. Wir machen alle Sachen, ne? Ja. Ja. Also wir können nur... ein bisschen... davon machen aber. Machen so viel wir können. Das ist ein Streich spielen und verschandeln können wir nicht, aber... Schade. Ja, fand ich auch sehr schade. Ja, fand ich auch sehr schade. Ich fand's ein bisschen belegend, wie er mich gerade guter Mensch genannt hat. Das ist ein bisschen... Wenn der DM sagt, dein Charakter ist gut, dann ist dein Charakter gut. Egal, was für schrecklich hier unten ist. Böse. Verschöhnliche Taverne. Ich meine, ich verschöhnere die Taverne. Ja, äh... Machen wir jetzt den Streich? Ich verschöhnere die Taverne. Also... Hier ist ein Würfel. Furzkissen. Oh, ich bin Level 40! Nice! Cool. Guck, können wir hier noch mehr... Hey, der bin hier gerade. Was machst du gerade? Du spielst Streiche. Ich dachte, wir machen sie ja. Zum Abschluss musste für mich diese nervigen Liebenden finden, die sich immer neue lächerliche Kosenamen geben und sie abwurzeln. Okay, das ist eine Idee. Aber könnt ihr mich dann letztens ein... Schön. Victoria überspringen. Äh, äh, echt jetzt? Äh, äh, mir egal, Mann. Ah, ich hab jetzt Druide, Scharfschützer, Erzmagier, Klingenmeister. Druide wär doch mal cool. Du wirst dahinter kommen, wie's funktioniert. Druide klingt gut, was kann das? Lange Synchronosität mit den Werten um sich herum und verstärke den Werten und andere Werten in Bezug auf Kampfsynergie. Das Betreten des Rasens ist verboten. Ha, Betreten des Rasens. Oh, na gut. Ich wollte doch nur, dass eine Person meine Autorität anerkennt. Ja, sonst geht mir nicht. Mhm. Das ist der falsche Job für mich. Ach, das ist der falsche Job für mich. Äh, ich schätze, du hast prinzipiell etwas Böses getan. Selbst wenn es nie so böse war... Okay, ich schätze, ich hab meinen Punkt... Ich bin schon ausgesehen. Aber, der Wachmann hat sein Leben überdacht und die Stadtwache verlassen. Schließlich starb er bei einem tödlichen Unfall mit Schwertern. Weil er, äh, äh, Jongleur geworden war, ähm, ähm, mit Schwertern. Oh, der arme Kerl. Äh, Mona, du hast mich enttäuscht. Aber, du hast versucht, böse zu sein. Also, kannst du meine dämonische Persönlichkeit aufnehmen. Komm zu mir zurück, damit wir... Ey, lass mich das machen. Ja. Ich bin nur über den Rasen gelaufen. Bist du über den Rasen vorunter von meinem Rasentyp gelaufen? Wo müssen wir hin? Wieder zu dem Typen. Ich hab noch keine Ahnung, wo der war. In der Seitengasse. Und wo alle unseriösen Sachen... ...die in den Abenteuern passieren. Hattest du wenigstens schon... Hast du wenigstens irgendwo schon mal drei Kobold in einem Trenchcoat eingebaut? Nö, noch nicht. Tu es. Und was sollen die tun? Keine Ahnung. Drogen verkaufen? Sich als Erwachsener ausgeben? Keine Ahnung. Mhm. Okay, ich hab jetzt ein Dämon. Das fühlt sich schrecklich an, Kuppel. Ah, reiß dich zusammen. Okay. Leere dich dem Tor. Da nehmen wir... ...ein Fest erschlagen. Na los! Zieh's mir an! Das ist ein schwacher Dämon. Kann mich offensichtlich nicht stöhnen. Ich hab's mal geöffnet. Aha. Ein Geheimgang. Der sehr geheime Geheimgang, der sehr geheim ist. Mit einem... ...Wandbild von Tina und einem Einwohnen. Nicht nur einem. Sehr geheim. Je mehr Wurf ist, desto besser die Beute. Wenn da Geheimgang dransteht, dann ist das ein Geheimgang. Oh je. Ja. Siehst du nicht das große Schild mit Geheimgang über der Tür? Hm. ...- ... ... ... sofort aufhören! Ich bin der Schreckensgott Zygaxix. Geht meinem körperlichen Gefäß hier, das schattengeborene Grimwar, oder ich werde die der tiefen, fünsterndes ... Ah, er schwebt auf mir. Ja. Hm, nein, das werde ich nicht tun. Zum einen glaube ich dir nicht, zum anderen, hat hier schon mal jemand vom Zygaxix gehört? Ähm, ich schon. Ja? Ich auch. Ja! Nun, du! Ihr habt euer Schisssaal mit Siegeln! Wir folgen die Menschen! Die tiefen Pindernis ohne jegliches Licht herbeirufen! Hier sind sie. Oh nein, er ist da! Schon wieder! Meine Knochen! Meine Sprüchen! Doch hier riecht es irgendwie ruhig! Das kapier ich nicht! Ich sterbe! Jetzt aufwegst du denn ein bisschen kämpfen! Das ist ein Kampfspiel! Ja! Weißt du! Wenn du nicht kämpfen willst, dann spiel... Keine Augen, Tetris! Ich habe doch noch gesagt, dass ich nicht kämpfen will! Ich habe schon wieder eine Rüstung gefunden! Ich habe eine irgendeine Rüstung gefunden! Ich habe eine irgendeine Rüstung gefunden! Ja! Oh, Moment! Du kannst jetzt hier mal ein Zeug nehmen! Das war ja... Hier bitte! Was für Zeug! Mein ganzer Scheiß! Und die 10% Erfahrung! Die hast du hier verdient! Wie sollte ich das? Wie sollte ich den Scheiß nehmen? Die eine Rüstung gibt dir... Erstens, weil es legendäres Volk ist... Das 433 ist das! Ist alles wertlos! Gut! Dann nehme ich mir jetzt die plus 10% Erfahrung mit! Bei deinem wahren Namen... Ich sah wohl Kropp! Jetzt bin ich Baby! Ich spüre, wie meine Macht zurückkehrt! Sehen wir uns diese trauten Bastarde in den Käfigen an, um einen passenden Wirtskörper für mein unheiliges Selbst zu finden! Dann achten wir mit der Waffe! Hey, willst du mich befreien oder was? Komm drauf an! Sprich mir nah! Ixafulgroc Nesdat Interi redum Monocard! Sicher? Ixafulgroc Nesdat... Moment mal! Willst du von mir Besitz ergreifen, oder sowas? Tut mir leid, aber ja, das wollen wir! Genau genommen. Klingt das spannend, ich bin dabei! Ich sah voll Grog nestert in Theridon Monokar. Also, Avaxin, bist du bereit, meine Essenz mit dich aufzunehmen? Absolut, Kumpel! Komm rein! Wunderbar! Mhm. Was passiert jetzt? Na, kann ich es kaum erwarten, was für Dinge wir zusammen tun werden. Braver, Junge! Tret wohl! Wir sehen uns bestimmt wieder! Der war das. Was ist schon ein wenig mehr Finsternis in meinem alten Herzen? Ja, hübsch. Dann mal wieder raus hier. Ja, die Waffe ist aber relativ cool. Die wir bekommen haben. Ich habe wieder mal keine Waffe bekommen. Du hast die Waffe bekommen, sie ist im Inventar. Okay, wie heißt sie? Höllenwaters Hurrikans. Oder so. Mhm. Vielleicht habe ich sie mal verkauft. Du hast die jetzt gerade bekommen! Hm, war das des Hurrikans. Okay, das hat 77 x 3 Schaden. Ja, aber dafür guck dir auch mal die Feuerrate an. Das Ding ist recht stark. Sie können es ja mal gegen diese tauschen. Ja. Für meinen Spielziel brauche ich die jetzt nicht, aber sie ist trotzdem sehr cool. Was wollen wir so? Ich übernehme die Direktkontrolle und Unrechtverbote. Plus 30 Blitzschaden und plus 25 Kilomandenkraft. Du bist kein Kilomand. Ja, plus 30 Blitzscheiben. Ja. Die ich nicht mache. Exakt. Gut, welche Quest wollen wir dann als nächstes? Wir kommen jetzt wieder raus. Den Berg. Schnellreise im Zweifel oder richten Eingang. Ja, machen wir den Berg. Durch den geheimen Eingang. Durch den geheimen Eingang. Ja, oder so. Das ist ein Geheingang. Wir gehen dann mal zum Kopfberg. Zum Kopfberg? Zum Kopfberg? Zum Kopfberg? Ja, zum Kopfberg, genau. Der hat ein Problem mit seinem Hals. Zum Olaf. Aha. Äh, andere Seite. Ich folge dir. Tu das. Der Seite waren wir auch noch nicht großartig, oder? Doch, waren wir. Okay, da haben wir alles mitgenommen. Nee, warum bist du? So. Aber hier gibt's noch Würfe, die waren nicht mitgenommen, weil da die Barrieren noch nicht Jetzt können wir sie aber kaputt machen. Jetzt können wir sie aber kaputt machen. Jetzt können wir die auch mitnehmen. Wir nehmen die mal kurz mit. Offensichtlich. Ich möchte hier mit dir zu rupfen. Ich kann mich hier rüber. Nee, nochmal nicht. Doch, doch, da sind sollen. Das heißt, da können wir diese unsichtbaren Brücken benutzen. Sehr schön. Die erkennt man an den Säulen. Wer wagt es sich gegen den dunklen Herrn zu erheben? Jetzt machen wir Kotz. Jetzt machen wir Kotz. Wolltest du ja irgendwas mit Story haben. Vielleicht kriegen wir als Quest-Belohnung eine Handvoll Kotze. Lass du schon. Ich weiß nicht, was man da bekommen hat. Das war auf jeden Fall irrelevant. Aber das Gebiet ist ganz cool. Eine Handvoll Kotze mit Inventarlaufen. In keinem Abenteuer fehlen. Mit so einer Hand kann man sehr viele Sachen umstellen. Mit Kotze eher weniger. Aber dagegen mit der Hand ist immer toll. Das läuft gerade eher ruhig. Ja, das Auslöser Höllenfeuer kannst du auch mal benutzen im Zauber. Ich glaube der ist besser als der aktuell von dir. Welchen Auslöser Eruption habe ich? Auslöser Höllenfeuer. Müsste ein 421er blaues Buch sein. Ein blauer Bucher habe ich glaube ich keine mehr. Noch hier und dann verkauft. Dann kann ich dir gerade noch ein neues geben. Ich glaube nämlich der könnte dir gefallen. Der ist schwächer als der den ich aktuell habe. Deshalb habe ich ihn nicht drin. Aber der sieht cool aus. Hier bitte. Ich muss noch ein paar Sachen verkaufen werden. Jeden Tag dasselbe. Aufstehen. Arbeiten. Schlafen. Aufstehen. Arbeiten. Schlafen. Es muss doch auch anders gehen. Die Grubolde müssen sich erheben. Nur so können wir uns von Vorkanars Tyrannei befreien. Was zu mich wissen. Ja. Vorkanars. Wenn das Ding ein echter Drache ist. Wird ich ein zahlloser Schmerkauer. Nur 35x Schmerzen Schmerzen. Aus dem Himmel. Ja sonst ich habe auch noch einen blanken 2488er. Sauber. Der macht sowohl Feuer als auch deinen Lebens Schraub Schaden. Mhm. Interessant. Ist zwar nur einmal. Aber es ist auch ein Kometenzauber. Ja. Ansonsten. Was kann der hier? Wir schließen uns dem Gnom Widerstand an. Ja. Uh. Auch nicht schlecht. Ja. Ich mag meinen Bogentüster. Wir sind die Freiheitskämpfer von Kobolde oponieren tyrannische Züchtigung. Ich bin echt froh, dass du aufgetaucht bist. Ah. Das ist kurz. Ich spreche mit der Jara. Der heißt wirklich Jara? Ich hoffe es hat keine Freundin, die genauso heißt. Die sind zusammen mit Jar Jar. Es kommt wohl ein Lego-Film demnächst raus. Ja. Die ganze Darth Jar Jar Theorie. Da habe ich gesehen. Da habe ich gesehen. Die Lego-Filme mit Darth Jar Jar drin. Den will ich echt gerne sehen. Ich wusste mir, du merkst, dass ich den sehen wollte. Der ist sowieso gut. Ist das ein Film oder was? Ich dachte, es ist ein Spiel. Nein, nein, das ist ein Film. Nein, habe ich gar nicht. Die Lego-Leute machen immer mal wieder sowas, wo sie immer Memes aufgreifen und den ganzen Scheiß. Die sind meistens sehr lustig. Tatsächlich. Auch wenn... Wie hießen der nochmal? Der ist noch nicht raus, soweit ich weiß. Ja, wie hießen der? Wann kommt der raus? Ich weiß es auch nicht. Ich muss nicht googeln, aber ich... Ja, die Waffe macht Scharen. Der Zaubermann zu. Ne, die Waffe. Ach so, ja, die Waffe. Die ist cool. Dann verdiene ich mir vielleicht endlich meinen K.O.T.Z. Nachdenken. Wenn man gut, wenn man das wissen würde, wie das heißt. Mal gucken. Nicht existierende Leute im Chat, könnt ihr mal helfen. Ich bin gerade leider beim Kämpfen. Ich bin gerade leider beim Kämpfen. Ich bin gerade leider beim Kämpfen. Oh, ich habe eine 900 Haar. Nahkampfwaffe. Die ist zwar weiß, aber die macht 900 Schaden. Ja, ich mag... Ich bin bei den Nahkampfwaffen mittlerweile weniger beim Schaden als bei den Extra-Effekten. Ja, das gegen Klingen war cool, aber ich mag das, weil ich halt Blitzseuge auf Gegner entschlagen lassen kann. Vielleicht die sowieso nicht benutzt haben. Das ist eigentlich egal. Das geht nicht. Klappt nicht. Eine undurchdringbare Barriere. Fech für die Kobolde. Naja, wir haben es versucht. Komm schon, Valentine. Das kriegen wir raus. Das ist nur so eine Art Rätsel. Bingo, Dingo, Fredrik. Vielleicht kann man trotzdem nur umgehen. Wir haben schon drauf geschossen. Und was schweres drauf gehauen. Mehr fällt mir nicht ein. Ist hier Magie im Spiel? Und wie? Das ist aber typisch, typisch die Wii-Spieler. Wir haben schon drauf gehauen. Wir haben schon versucht, gegenzuschlagen. Mehr fällt mir hier nichts ein. Was können wir hier noch machen? Ja. Wie, das ist kein Kampf-Encounter? Das wollen wir dann machen. Und alle Kobolde, die für Frankener arbeiten, sollten in groß getötet werden. Sie sind Verräter aller Kobolde. Ein rotes, ein grünes und ein blaues. Ein blauer Button. Die verschiedenen Linken. Was soll ich damit machen? Wir sehen ein lichter Schicki-Micki-Micki-Maschinen-Dingsbums-Dingsy. Sieht vielversprechend aus. Hey, fuck auf hier rum. Bist du kleiner bist als ich. Ein Rätsel, was normalerweise im Kindergarten benutzen wird, um zu gucken, ob das Kind in die Vorschule eingeschult werden darf. Ach, das, äh, nö, das kriegen wir nicht. Das kriegen wir nicht hin. Mhm. Grundschulfarbenlehre war's bei uns. Ja. Sind drei von uns gescheitert und ich hab ein bisschen rumgetrollt. Ja. Und dann ist mir klar geworden, die wissen das echt nicht. Dann war ich traurig. Was lustig ist, weil nach wie vor mein Charakter ist in der Kampagne buchstäblich ein Kind. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das in Canon ist, dass ich das als einziges gewusst hab, aber ich weiß, ich weiß es nicht. Es war dumm. Nö. Es war spät, alle waren müde. Ja. Um 18 Uhr. Passiert. Ja, es war lustig. Oder Sachen, oder einfach Sachen aus dem Mediengestalter, Zwischenprüfung nehmen, über die ich immer noch lache. Ist dann einfach die Frage in der Prüfung, einfach die Frage in der Prüfung, wo man, da hat man eine Abbildung von drei verschiedenen Farbenmodellen, man sollte zuordnen, zuordnen, welches davon ist Team YK, also welche subtraktive Additive und welches das Sonderfarbenprofil ist. Man sollte mal zuordnen an der Hand im Bild. Aber ich meine, dafür gab es zehn Punkte in der Zwischenprüfung. Ich habe gesagt, okay. Kann ich nicht beurteilen, kenne ich nicht, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Aber die Frage ist, wie reich war eure Schule? War es zumindest in Farbe gedruckt? Ja, die Prüfungen sind in Farbe gedruckt. Die sind von der IHK. Ja gut, die haben Geld. Ja, aber schon lustig, einfach so eine Prüfung zu Farbenlehrer, aber alles muss schwarz-weiß sein, weil die Schule Geld sparen muss. Also bei der Abschlussprüfung gab es auch manche Fragen, wo ich mir gesagt habe, also ja gut, ähm, also wenn man im Unterricht mal ein bisschen dabei war, hat man das mitgekriegt. Also manche Fragen waren wirklich leicht. Das ist nicht so leicht, wie die, wie diese, wie diese eine Frage in der Zwischenprüfung, von der ich, über die ich immer noch lachen, aber, ja. Aber es gab auch Fragen, wo ich, wo ich dann, ja. Das war eine theoretische Prüfung, weil das war so dieser Moment so, hä, was ist das, das ist sozusagen, ist das hier, das hier ist wirklich die Prüfung, das ist wirklich die Prüfung, das ist doch easy leicht. Und dann umglättern, ah, deswegen, deswegen ist das die Abschlussprüfung. Ah, okay, äh, ja, jetzt, ähm, ja, gut, ähm, ja, das ist die Abschlussprüfung. Ich hab mir extra, ich weiß noch, ich hab mir extra für meine Abschlussprüfung da, äh, diese, äh, diese, äh, eine Lerntechnik mit dem, Gott, wie hieß das nochmal, ich glaube, Gedankenpalast oder so, wo du über Assoziationen dir Dinge merkst, äh, gelernt. Das hat so gut funktioniert, ich kann dir immer noch die Beschreibung für die verschiedenen Metalle nennen, wie die farblich markiert werden müssen für eine Gießerei. Ja, das kenn ich auch, mach ich auch, aber nicht für, das mach ich nicht für, für, für Schulwissen. Das wäre wahrscheinlich die, ähm, aber... Ja, ich schon, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist verbrauchter Speicherplatz, die ich nie zurückkriegen werde, aber... Nö, das sehe ich nicht eigentlich für Schulwissen. Nur für Filme und Serien. Nö, aber, basically, so, 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 so mach ich das während meiner DNV-Abenteuer. Das, dann, das, das, das in der, äh, deswegen, deswegen, deswegen hab ich bisher auch in der Kampagne kein Skript gebraucht, weil das einfach, weil ich das in dem, weil ich die Welt bei mir im Kopf, ich hab ein, ich hab ein sehr, ich würde es nicht fotografisches Gedächtnis nennen, aber ich hab die, ich hab ein sehr bildliches, eine wirkliche Vorstellung kann und, 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 und kann mir Maps im Kopf erstellen kann, dort, in der Map, dort, das wahrscheinlich nicht über den Gedanken verlassen kann, dort in der Map Sachen, und weiß dann halt einfach, okay, die sind grad dort, und dort geht's weiter, und dann krieg ich dort dann einfach... Ja, aber das ist relativ normal, wenn du Worldbuilding betreibst, das ist kein besonderes Talent, auch nichts Unglaubliches. Oh, der Zuchtmeister. Da züchtigen wir mal den Zuchtmeister. Der Zuchtmeister ist gezüchtigt. Jetzt krieg ich ganz coolen Rüstungskins, cool. Wo Worldbuilding können auch nicht alle. Und jetzt muss ich wieder an Ultracore denken. Gott, das ist so eine schlechte Welt. Wenn man einfach, wenn man einfach, wenn man einfach, man muss immer nur sein eigenes, seine eigene Welt im Kopf haben und die zusammenhängen, die das zusammen, dann kann man das, äh, kann man situativ dann einfach, die das dann anpassen. Das kann man dann nicht... So kann man auch sehr gut improvisieren. Ja, aber das sollte sich auch Sinn ergeben. Irgendwie. Nicht zwingend für die Abenteuer, aber zumindest fürs Worldbuilding sollte sich Sinn ergeben. Das hoffe ich, dass das bei meinem der Fall ist. Ich kenne deine Welt ja so ein bisschen, bei deinem ist es der Fall, aber wie gesagt, bei gewissen Dingen von Rocket Beans TV nicht. Nicht alles, also ich bringe auch immer neue Sachen ein, wo ich jetzt, ich habe jetzt auch ein paar Sachen neu eingebracht, wo ich merke, so ist dann, dass der Kurs, die in den Spieler gehen und das ist da, das sind so Sachen, wo ich denke, das verwerfe ich mal lieber, weil ich schon sehe, das werden die nicht machen. Die Chance besteht, dass die das dann, wenn ich das denen vorlege, dass die das einfach ignorieren. Da sage ich dann, nee, ich denke mir gerade mal das anders aus. Die nächste Session, die wir nächste Woche machen, die habe ich jetzt komplett neu vom... Ich habe da was anderes geplant, aber ich habe da komplett neu aus, was ich gerade habe, komplett neu machen, weil ich gemerkt habe, die wollen einen anderen Weg. Aber dieser andere Weg, den ich jetzt neu mache, der wird sie zudem... Der wird sie zum... Komm und hier einfach ganz klar, wann sie den vorbereiteten Pfad verlassen, dann wissen sie auch Bescheid. So habe ich es auch gemacht, ich habe gesagt, okay, ja, ihr könnt das jetzt machen. Ihr gerät die offensichtlichen Plotpoints, die ich euch entgegenwerfe, ist okay. Nur habe ich den Teil nicht vorbereitet. Also ich habe ihn geschrieben, aber ich habe keine Merkungen zu weitermachen. Es gibt keinen vorbereiteten Weg, es gibt... Zurück an arbeitsfaule Kobolde, sonst ich euch töten! Verstehen, es geht, wie für das Ding ist, doch nicht. Es rotiert. Du kannst immer nur einen Punkt pro Ding ausgeben, dann musst du im nächsten einen ausgeben. Ich glaube, man kann auch Haus gehen und das fehlen. Wie komme ich jetzt da hoch, wo du bist? Indem du dem Weg folgst. Aber du musst nicht hier lang, wir müssen dann wieder zurück. Hier komme ich auch nicht hoch. Oh nein, wir müssen hoch. Hier, komm halt einfach mal mit. Wo zum Weg bist du lang? Andere Seite. Gehst einfach nach oben. Wenn du nach oben möchtest. Ich bin relativ flexibel, was Wege angeht. Ich habe so ein bisschen... Ich habe so eine Idee, wo sie hinkommen. Wie sie dort hinkommen müssen. Ich improvisiere dich dann einfach. Wie jetzt gerade. Ich habe einen anderen Weg geplant. Ich habe da auch kein Problem, was Neues zu schreiben. Auf dieser Welt ist kein Platz für Sie. Wenn sie dann doch den anderen Weg nehmen wollen, dann habe ich den ja noch. Das ist dann auch so ein bisschen... Überraschenderweise dann auch noch kommt, okay, ja. Die wollen das trotzdem doch machen. Da habe ich mich geirrt. Ein bisschen Flexibilität. Das ist immer so die Welt der Widersprüche. Das ist immer so... Das liegt daran, dass es meine eigene Welt ist. Das ist dann... Das ist dann... Ich habe zwar KOTZ-Ausbildung, aber ich habe noch nie wirklich gekämmt. Keine Sorge, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das leicht die Feinde zu tot zu schicken. Nautisten, die erklärt, was Spontanität ist. Das musst du auch lernen. Das haben wir... ... zwangsläufig mit einer Insel beigebracht worden. Nee, aber das ist dann... Ach nicht, du erinnerst dich nicht an den kompletten Derail, den wir gemacht haben bei deinen Insel-Abenteuern. Es verlief alles relativ nach Plan. Aber die... Die Nori-Island-Sache, das war... Es war sehr derailend. Es war... Es war sehr... Es war ein Railroad-Adventure. Ja, und wir sind komplett davon abgegangen, vor allem im letzten Teil. Ja, im letzten Teil habt ihr einfach vor dem Ende gequittet. Wir ignorieren diesen Teil, wir bleiben einfach in dieser alternativen Zeitlinie. Wir sprengen uns mit dem Schießpulver aus diesen Mosketen durch die Gefängniswand. Aber das hatte ich eigentlich geplant. Wartest du dich? Ja, ich doch. Das bezweifle ich sehr stark, weil du sehr, sehr... ... traurig warst, dass wir die Story nicht wirklich gemacht haben. Ich war traurig, dass du das dann abgebrochen habt. Dass du so ein bisschen gesagt hattest, das ist dann... Ja, ist so ein cheesy Guy. So ein bisschen... Das haben wir aber auch von Anfang an klar kommuniziert. Dass wir nur noch dabei sind, weil... Er war sowieso... Keine anderen Spieler hattest. Das war sowieso ne... Naja... In keinster Weise vergleichbar mit... 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 Ich bin am sterben. Oh, ich vermisse mein freustes Loch, aber es geht noch was zu... Und kein Gegnern da näher. So'n Scheiß. Quest abgeschlossen kurz. Ja, aber hier ist noch ein ganz, ganz großes Gebiet, das will ich gerne noch erkunden. Aufmachen! Ja, hier sind noch Sidequests, die wir annehmen können. Die sind eigentlich immer ganz cool. Die Dinge, die nicht auf der Oberwelt sind. Und ja, man kann es beim Leveln, man kann beim Leveln die Sache auswählen, wo man hinleveln will. Nein. Doch, kann man. Habe ich keine getan. Kannst einfach auf Escape klicken und das anwählen. Was du willst. Es können keine Punkte für diese Klasse vergeben werden. Ach, stimmt. Mhm. Aber warum ist das so? Weil es rotiert. Du sollst dir bei jedem immer was aussuchen. Blödsinn. Was für Blödsinn. Das ist halt das Levelsystem. Wie lange wollen wir heute noch machen? Die Welt hier zu Ende und dann... Wir haben 22 Uhr also... Ja, und ich merke, wie... ich merke, dass... Ich würde heute nicht bis Mitternacht machen wollen. Äh, gut, dann machen wir eine Quest noch hier. Und dann... Wir können das Gebiet hier noch ein bisschen zu Ende machen oder irgendwie zahlen. Nein, nein, wenn du sagst, ist heute nicht so... Äh, nebenbei nächste Woche kann ich überhaupt nicht. Oh, okay. Ich meine, wir können noch ein halbes Stündchen, also bis 22.30 könnte ich noch machen. Aber... Ich hätte nicht gerade ein paar Wien waren. Mhm. Ah, endlich Nahkampfschaden. Schön. Die Mythosringe steigen schön schnell. Jep. Aktuell noch. Dafür musst du da aber auch viele Punkte für ausgeben, um was zu erreichen. Äh, du musst nur wissen, welche Sachen cool sind. Ich will zum Beispiel den... den erhöhten Schaden für die verschiedenen Sachen. Ein bisschen weiter. Ich klicke da einfach irgendwas an, weil ich keine Ahnung, was das ist. Du kannst es durchlesen. Oh, da hinten ist der Obelisk. Ich mach die Obelisken. Der ist lustig. Ich kämpfe jetzt gegen Drachen. Dieser Obelisk wird einen gemeinen kleinen Schweizerobol, der rauskommt. Sorry, Weavern. Drachen und Weavern sind was verschiedenes. Ja, das ist wichtig. Dann gibt's noch den Lindwurm und chinesischen Drachen. Es gibt sehr viele Drachen-Nerds online. Das ist sehr wichtig, dass du das differenziert betrachtest. Drachen waren, glaube ich, die mit vier Beinen. Das ist dann... Wir haben vier Beine und zwei Flügel. Wir haben, glaube ich, nur zwei oder... Wir haben zwei Beine und Arme als Flügel. Ich bin jetzt in der Bibliothek. Was hab ich in der Bibliothek von oben? Keine Ahnung. Was tust du in der Bibliothek? Da gibt's Bücher. Bücher sind böse. Das wissen wir doch. Ich fuhre zum Questmarker hinrennen. Äh, der Questmarker hat nichts zu tun mit dem Gebiet. Das ist nur der... Austrittspunkt aus dem... Ding. Da hast du eine Zeitpiste oder... Guck... Ja, guck einfach mal einmal auf die Map. Da siehst du dann die Ausrufezeichen. Dann kannst du wieder was annehmen für dieses Gebiet hier. Dann kannst du noch ein paar Zeitpiste machen, oder? Ja, hätte ich gesagt. Oh, der Obelisk. Kobold in den Fässern. Weiter. Du darfst heute Abend alle Knurken ab. Tod ist so gut für dir. Das muss ich mir aber auch für meine Kampagne merken. Gegner in den Fässern. Du musst erst mal das Fass zerstören, bevor du den Gegner angreifen kannst. Es gibt genug Kombu für Gegner in den Fässern. Das ist ein beliebter Trope, lustigerweise. Du kannst bestimmt auch irgendwann den Hobbit-Move machen und einfach im Fass in den Fluss langfahren. Goldene Waffe gefunden. Gucken wir gleich, was die tut. Irgendwann müssen sie gegen den Getting Over als Typ spielen. Der ist aber fieserweise auch umfasst. Deswegen müssen sie das Fass zerstören. Der ist ein oberkörperfreier Mann in einem goldenen Topf. Das heißt, der hat das Spiel schon durchgespielt. Die müssen trotzdem erstmal den Topf... Der Oberkörper ist zwar erreichbar und frei zum Zerstören. Die müssen trotzdem erstmal den Topf zerstören, bevor die ihm Schaden zufüllen können. Der Topf ihn abschildert. Das heißt... Machst die Sachen einfach nicht zu lächerlich, dann klingt das gut. Das heißt... Letztendlich lässt sich alles mit Magie rechtfertigen. Warum ist der in diesem Topf und warum flässert er diesen Berghof? Magie. Magie haben mal. Er ist verflucht worden und er kann erst diesen Topf verlassen, wenn er diesen Berg erklommen hat. Mit diesem Hammer. Was ist denn hier mit dem Typen los hier? Warum sterbe ich hier gerade wieder? Achso, der Typ, das ist einfach nur der Boss von hier. Der nimmt keinen Schaden durch meine Waffe. Ja, ich weiß nicht, was für einen Element er gerade hat. Jetzt ist er auf jeden Fall. Normal hier. Das heißt... Ich hab gleich wieder eine Million. Ich geh mit dem Dicken rein. Das Leben ist zum Leben. Das Leben ist zum Leben. Kluge Sprüche hier. Alter. Das ist der denn so schnell, der Wichser? Mein Gott, kannst du mich mal wieder beleben, bitte? Beleben wir. Ja, ich wünsche dich ja reicher. Danke. Jetzt musst du mich gleich wieder beleben. Ich kann den Typen nur mit meinen fucking Dingens da angraben, der ist so schnell. Ich bräuchte mal wieder bei den Ungl. Das ist kaputt. Ja. Ich habe noch irgendwelche Gründe Waffen liegen. Ich glaube, hier gab es auch gerade eine Gründe Waffe. 908 Schuss. 908 Schaden, meine ich. Was können Sie? Wir nennen ihn Todesklinge halt. Magazin Größe 2. Am Feuer erwartet 2,26. Schaden 908. Zielgenauigkeit 65%, 75% Handhabung. Schießt einen magischen Energiestrahl ab. Oha. Will ich mir mal anschauen. So. Ich glaube, meine Flüssigkühlung hat auch ihren Zweck erfüllt als Storywaffe. Oh ja, die ist schön. Die gefällt mir. So, noch ein Mythospunkt. Mehr Beuteglück. Mythos-Rang. Mythos-Rang. Das G-Punkt kriegen wir aber keine mehr. Nein. Das ist etwas schade. Äh, wir können jederzeit respecken an den Dingens da, an den Automaten, wenn du nicht irgendwie verskillt hast oder so. Mythos-Rang ziehen haben wir jetzt. Ich bin beim Mythos-Rang 24. Ich krieg aber auch 10% mehr Erfahrung als du. Wie viele davon gibt's insgesamt? Unbegrenzt. Ne, es gibt. Ich nehme mal die Quests mit. Oh, ja. Das ist eine coole Waffe. Die mag ich. Tausend Schuss. Ho, ho, ho. Oh, ich lasse. Mies. Ja. Gold ist irgendwas gefunden. Ist wieder eine Rüstung, oder? Ja. Unholde Schnelligkeit. Interessant. Die Rüstung hab ich bisher weggeschmissen. Ja. Es gibt viele. Maximal Schutzkapazität plus 25. Geht schon. Gefährten Schaden. Na, nicht schlecht. Geht man eben. Ich guck mal, was der ewig mantelt kann. Wahrscheinlich ist das, was es genau sagt, aber... So, wo sind Zeitquests? Sind die meisten Sachen... Weißt du was? Ich probier den mal aus. Wenn er jetzt genau das tut was. Ja, okay. Cool. Der ersetzt dein... Der ist ganz interessant. Der ersetzt dir deine gesamte Gesundheit durch. Die, ich glaub, doppelt oder... 1,5 fache Menge an Schild. Aha. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt aktuell 7.000 Schild. Aber 1... 1 HP. Das ist nicht gut. Äh, doch. Weil das Schild regeneriert sich halt im Kampf schneller. Äh, aber ich würd meine Bonus-Erfahrung dafür nicht aufgeben wollen. Deshalb... Kannst du gerne haben. Mal ausprobieren. Nö, werd ich nicht. Ja, dann kommst du in die Bank. Ich geh die Quests suchen. Da oben ist sie. Hier irgendwo. Du bist... wo ganz anders? Du gehst, glaub ich, wieder zum... Gebiet außerhalb, oder? Bereits für die nächste Phase unserer... Ich bin gleich hinter dir. Oh. Als nächstes müssen wir die Produktionsmittel ausschalten. Sie zerstören. Dann merkt Vorka nah, dass wir... Aufstände der Jaws. Ich hab die nächste Quest angenommen. Ich glaub du musst die Quest wieder annehmen vom Jaws. Ja, ja. Ich weiß, dass du uns helfen kannst. Und wird er weiter füllen können. Ich schick ihn für dich zu Tod. Kein Problem. Nein! Unser Dorf hat schon zu viel Gewalt erlebt. Wir wollen eine friedliche Lösung. Bring ihn dazu, uns in Ruhe zu lassen. Ich finde die erste Maschine und die zweite Maschine und die zweite Maschine. Und die zweite Maschine und die zweite Maschine. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich versuch's. Sehr gut. In Benennung der Maschinen. Noch eine Quest angenommen. Nein! 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 ...müssen. Sprich mit Claptop im Kuppel, nein. Ich hab, ich hab die Quest schon gewechselt. Jep. Das machen wir danach. Das machen wir als Rausschmeißer. Weil danach haben wir sämtlichen Lebenswillen verloren. Du bist nicht so dank wie Johann! Klingt nach nem Plan. Oh, Würfel. Jep. Du Glückspicks! Du, 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 du! Oh, dann muss ich wohl noch etwas läden. Genau. Ich lasse halt so fucking viel Schaden. Ich bin nicht mein Liege, denn ich bin nicht der. Ich bin nicht der. Ich bin nicht der. Ich bin nicht der. Oh, 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 oh! Ich bräuchte mal ein bisschen Heilung, wenn du nichts dagegen hast. Schon, aber... Dankeschön. Und schon hat der Boss doppeltes Leben. Hm. Die Spiele haben zu viel Spaß. Das dürfen wir nicht zulassen. Schnell. Schnell. Gib ihm einen Drachen aus der ersten Edition. Ja, übrigens was du auch machen kannst, ist, wenn du irgendwelche uralten Untoten oder sowas hast, was du ja hast, gib den Zauber aus der ersten oder zweiten Edition, einfach weil die so unfassbar alt sind. Das ist ziemlich kaputt, sowas wie Steinhaut. Konzentration? Nie gehört. Das ist einfach jetzt so. Ich habe dauerhaft Steinhaut. Solchen Spaß kann es dann halt bringen. Naja, ich weiß nicht. Ich habe bei mir solche faszinischen Zauber drin, die man theoretisch finden kann in alten Ruinen. Du musst es den Spinner noch irgendwann geben. Ja, natürlich. Dafür ist es ja gedacht. Das ist auch nicht so, dass die Spieler cool sind irgendwann. Meine Spieler haben jetzt am Ende der letzten Session nach magischen Gegenständen gebattelt wo ich dann gesagt habe, ja, gut. Zeig ihnen die 44 Regeln und schweig einfach ansonsten dazu. Hast du die durchgelesen bzw. das Video gesehen? Ja, nur teilweise. Er hat valide Punkte, aber der Mann ist so kaputt und gebrochen von so einer Gruppe leider. Ich habe denen gesagt, ich gebe euch vielleicht einen magischen Gegenstand oder magische Ausrüstung, aber da reden wir dann von plus 1 Schaden oder plus 2 Schaden. Er kriegt jetzt keinen Umhang der Unsichtbarkeit, der euch... Vergesst mal auf Level 5, dass er... Hä? Kein Stab, der die Größe immer so ändert, wie man es gerade braucht? Kein Schild, der einen vor allen Angriffen schützt. Was war noch mal der Bogen? Ich glaube, der Bogen hatte einfach unbegrenzt Munition, oder? Ne, der hat einen magischen... einen magischen... einen Energiesperr... den er... Energief... Oh, ja, stimmt. Da war was. Allerdings, was lustig ist, den Head of Many Things, den gibt es tatsächlich, der ist lustig. Das ist ja einfach Kawas Magie. Das, was der... was der Hand macht. Was der Zauberhut macht. Ne, das ist tatsächlich ein magisches Item, der Head of Many Things, du ziehst ein randomes Item aus dem Hut. Das kann ich denen vielleicht geben. Den magischen Hut. Sie ist entpunktet bei einer Reaktionungs. Wenn sie ein 100 würfeln ist, das ist das ein... Du ziehst einen Beobachter aus dem... Du ziehst einen Beobachter aus dem Hut. Ich wollte gerade sagen, ein 100. Du ziehst einen Oger aus dem Kopf. Volle Größe, er ist aggressiv. Ne, du ziehst einfach einen Beobachter da raus. Du befindest... Du befindest dich... Zurück. Sie befinden sich gerade in einem Kerker, der 5x5 Meter groß ist. Das ist jetzt aber ein Beobachter aus dem Hut. Zeig. Das wird spaßig. Ja, aber dann trägt er am besten auch so einen sehr kleinen Hut oder sowas. Wo er auch nochmal Dinge rausziehen kann. Ja, das habe ich immer gelesen. Das fand ich großartig so als Gag. Wenn wir so ein Item gewählt, werde ich das auch mal haben. Du ziehst einen... Du ziehst einen... Ne, du wirst in den... Du wirst in den Hut reingezogen und einem... Und von einem gigantischen Hasen einem Publikum an Hasen präsentiert und wieder deinen Hut zurückgetopft. Ich glaube, das ist das selbe Item. Ich glaube, das ist tatsächlich bei einer 100. Oder sowas. Ja. Eine riesige Hasen... Ne, das war eine riesige Hasen... Hasenfote zieht dich in den Hut hinein und präsentiert dich einem Hasen Publikum. Du wirst dir da zurück reingezogen. Du wirst dir da in den Hut reingesteckt. Das finde ich gar nicht schlecht. Es gibt sehr lustige Dinge, die man machen kann. Das magisch halt im Kiense. Mhm. Apropos... Wo du es gerade gesagt hast... Ich glaube, bei deiner Halloween-Runde würde ich dann tatsächlich einen Beobachter spielen. Ich mag die. Beziehungsweise, wenn es so stark ist, dann habe ich einen Spectator. Ja. Jetzt so ein Verein wird... Das muss man überlegen. Hm? Oh, 1007. Die Waffe muss ich mitnehmen. Ich habe hier eine 1.700 Waffe. Ja, nett. Jetzt hat sich gerade ein Goblin in mein Gesicht gesprengt. Die haben Selbstmord-Goblins hier. Müsste ich nochmal drüber nachdenken, wie der... Schick mir da mal eine... Schick mir da mal ein... Ein Blatt... Ein Charakterblatt für... Also ein Monsterblatt für... Weißt du wohl... Weißt du wohl wie ein Spectator beziehungsweise ein Beholder aufgebaut ist? Random Augen strahlen. Das ist alles was die tun. Desintegrierend! Hm. Schick mir mal trotzdem dann ein Blatt von... Ein Beyond-Dings von... Von mir aus kann ich dir den Beholder gleich rüber schicken. Ich habe den immer offen. Für den Fall, dass ich ihn mal benutzen muss. Nein, sag ich dir. Wenn das alles immer noch nicht reicht, um mir einen Nasenring zu verdienen... Dann wird es... Also eine Täuschungsfest ist schon vollkommen in der Welt. Mein Flayer gibt es auch. Beholder sind Multiversums-Dinger, die tauchen überall auf, wo sie gerade wollen. Und für gewöhnlich sind sie... Es gibt einen, der eine Mafia leitet, also von daher... Die sind lustig. Mindflayer sind definitiv machbar. Mindflayer, Mindflayer sind langweilig. Dann wiederum... Die kleinen und sehr wütenden Mindflayer, die sind lustig. Die, die entstehen, wenn... Was nicht richtig läuft und das Opfer ein Halbling war. Die mag ich tatsächlich gerne. Sind die nicht schlecht. Oder untote manchmal, weil die nicht auf... Nicht mehr mit einem Elder Brain verbunden sind. Nur mit einem Elder Brain verbunden sind die nicht, bei mir. Bei mir auch nicht mehr, aber das hat Lorgründe. Weil ich nicht weiß, wo das... Du hast doch vielleicht den Aspekt einfach nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ich das Elder Brain einbringen soll. Also sag ich mir einfach... Nö, warum nicht? Es liegt irgendwo in einer Höhle begraben und wird von Kultisten angebetet. Ah ja. Es ist ein riesiges Hirn mit Tentakeln. Was glaubst du, wie man es mit mir einbringen kann? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Angehend nicht. Ich bin nicht. Wenn ich nicht. Aber ich denke, ich werde das wieder in der Klebe. Ich habe kalt, weil ich entdeckt. Aber er mich auch. Und jetzt ist er mir auf die Kragen. Hilf mir. Es ist immer noch die eine Quest überwiegt. Das ist der zweite Teil von der Quest. Ich weiß nicht, wie lange die Clapture-Quest dann noch ist, wann wir die noch wirklich machen. Wir machen alle, wie gesagt, wenn du unbedingt beenden willst, dann machen wir die Clapture-Quest als nichts. Ansonsten habe ich gesagt, wir machen alle drei von hier. Würfel. Würfel absauber! Ja, und ich meine, das hier ist halt so die Main-Quest von der Welt. Von daher. Die darf schon ein bisschen gehen. Ich bin so stolz auf dich. Na, Kampfschaden, let's go. Ja, wenn es noch ewig geht, die... Die sind wahrscheinlich eh gleich da. Wir müssen noch den Drachen töten und alles gut. Danke für die Hilfe. Sehr gut. Mehr selbst zu runter. Wir können auch jederzeit in der Quest aufhören. Diese Macht haben wir. Das haben wir in dem Spiel auch noch nicht begriffen. Dass sie sich aus Kämpfen entfernen können, indem sie einfach aufgeben. Ich meine eigentlich so viel beenden und beim nächsten Mal dann genau da weitermachen. Dass man Kämpfe, indem man Fleet beenden kann. Dann muss ich... Dann muss ich... Man kann es sich auch geben und dann für die Pferde geben. Man kann aber auch sagen, ich hau ab. Soll ich dir die Werte... Soll ich dir die Werte für den König in Gelb schicken? Weil von dem werden sie abhauen. Nö, die haben... Nö, die haben... Ich hab den schon ein paar Gegner vorgesetzt, von denen sie abgehauen sind. Wir haben eine verfluchte Piraten-Klur. Mit einem schwarzen Drachen an Bord. Von denen sind sie abgehauen? Und die kann man auch easy besiegen. Und eine Täuschungsbestia. Was? Warum haut man von denen ab? Die sind nervig, aber die sind auch super. Kann man zähmen. Gib ihr einen Fisch. Ich liebe meinen kleinen Schnitter in Ausbildung. Oh Hilfe! Er ist direkt hinter mir! Ah, Boss. Oh, dem Ogre sei Dank! Du bist da! Besiege dieses Monster! Hier riecht es irgendwie heroisch! Wir müssen den Zapferich besiegen. Die wehen? Zapferich? Ja. Du Zapflüss. Du wohnst ja gar nicht in Bayern. Gott sei Dank. Beste froh, da weg zu sein. Hier gibt es nur noch Fisch-Poutine. Nachdem ich mitgekriegt habe, was will er jetzt wieder aktuell? Genau, was wir brauchen! Das ist scheiße durch Hautjahr. Das ist der ehemalige Innenminister. Während ich noch ein paar Torbeute für unsere Sache sammle. War der mein Innenminister? Der wärs gern gewesen. Der wär auch gern Bundeskanzler. Der wär auch gern Gottkönig der Welt. Und würde alles in Bayern verwandeln, aber... Es ist gut, dass er da in seinem kleinen Dorf in München hockt. Hm. Zeit für einen unerwarteten Kälteeinbruch. In Bayern ist schon komisch. Ja, und man versteht sie immer so wenig. Champion! Die Versammlungsglocke läutet! Du musst zur Tribut-Arena eilen und wir bereiten uns auf die Ankunft Borkanath vor! Wir treffen uns unterwegs! Hüte dich vor den Orakeln! Ich bin fast da! Ich war mal in München im Urlaub. Ich auch. Ich muss sagen, es ist ja... Die Stadt ist wirklich eine sehr dreckige Stadt. Das ist wahr, überraschenderweise. Also du hast die schönen, tollen Hauptstraßen. Wenn du dann einmal in irgendeine Gasse gehst, hast du Angst, dass dir jemand ins Gesicht kotzt. Vor allem der Hauptbahnhof, den fand ich auch die Bahnhöfe. Der Münchner Hauptbahnhof soll schlimmer sein als der in Frankfurt. Das ist so ein... Wir kennen alle den Frankfurter Hauptbahnhof. Das ist so ein... Das ist so ein... Das ist so ein... Das ist wirklich... Ich war da... Das ist wirklich ein... Also ich... Ich hatte... Es ist... So... Oh... Vielleicht bin ich auch als Leipziger... Als Leipziger noch ein bisschen verwirrt, aber... Äh... Ein bisschen verwöhnt. Verwirrt auch, aber... Nee, der Münchner Hauptbahnhof soll schlimmer sein als der Frankfurt. Der Hauptbahnhof ist schon echt... Das ist... Ich meine... Wer den Leipziger Hauptbahnhof in seiner Stadt hat, der ist... Der ist verwöhnt, aber... Ist einer der schönsten. Ich wollte gerade sagen, den Leipziger Hauptbahnhof in seiner Stadt hat, der ist Leipziger. Ja. Der Leipziger Hauptbahnhof ist auch schon einer der schönsten. So... Aber München ist schon... Das ist München... Generell als Stadt. München generell als Stadt... Ist 50% sehr schön, 50% wirklich scheiße. Ich habe sehr viel von den 50% scheiße gesehen. Nur noch. Das glaube ich. Du warst halt dich an den Tourismuspunkten. So beim Oktober... Noch eine tausend, die man am Treffer. Im... Im Zelt. So, ob ich eigentlich irgendwas besseres mal... Da sind dann die scheißen... Da sind dann die Leute, die 50% scheiße. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Verzaubert Spurenhüterin. Für 10 Sekunden nach dem Aktivieren von Sperrfeuer hat es Schusswappen und Schaden eine Chance von 25. Du bist kein Spurenhüter. Aber du? Ja, aber ich habe meine digitären Rüstungen. Müssten die haben. Nein. Ich kriege 10% mehr Erfahrung. Dann rüste ich die aus. Dann rüstest du sie aus. Mach trotzdem 100... 1700... 1500 Schaden. Ich glaube so eine hatte ich schon. Kommst du auch mal zur Arena dann langsam? Wenn ich den Weg dorthin finde. Wir haben den Boss zu töten. Na ja, ich glaube ich hatte wenig Spaß mit dir. Wenn ich wechsle wieder auf die Assassinen klinge. So. Gehen am Pass. Ich habe da sehr dumme Dinge getan. Ich weiß die Hilfe zu schützen ich leide. Du wirst nicht nur denken, wie du hast! Kaum Belieblichkeit wieder. Wer ist der beste kleine Seelenfresser? Du bist das! Tanzvoll, Baby! Mhm. Keine Ahnung. Nimm das da Was kann das Ding, was du mir grad geschickt hast? Keine Ahnung, 1100 Schaden Uh, Giftwaffe, nice Was sind meine Waffen, gerade auf die ich hier gar keinen schaden Weil der in einem Schild ist, offensichtlich Ich bin am sterben Und ich bin tot Das ist so schön Ich nehme doch lieber wieder meinen Ich bin sehr leuchtend Man braucht keine Dark Vision, wenn man leuchtende Kleidung hat Und was zeigst du eigentlich immer? Eine Unterhose Leuchtende Unterhose gleich, instant, du siehst alles Ich habe noch nie etwas getötet Ich Die Unterhose leuchtet pink, wenn Goblins in der Nähe sind Aber du kannst sie nur unter einer schweren Plattenrüstung tragen Allein gegen Worte nach Kämpfen Da vorne liegt die Tribut-Arena Folge mir Deine Hose riecht nach Urin, wenn du Angst hast Irgendwas, ja Mh Die richtig schönen Blödsinnseitems sind immer das Beste Das kann ich gebrauchen Gut, gib her Na gut, dann let's go, Dracho Ich verkauf dir gerade Sachen Pff, also echt Ich nehme dir etwas Last ab Verkauf dir jetzt schon einfach Sachen Tja, jetzt gehört es mir Schusswaffenschaden, yay Meines Tja, jetzt gehört es mir Oh, das ist ganz schön mitgenommen Noch was für meine Schrottsammlung Noch was für meine Schrottsammlung So, auf geht's So, auf geht's Bin direkt hinter dir Äh Du da, du bist weder Troll noch hoher Wie kannst du es wagen, deinen Fuß in meinen Reit zu setzen? Wär ich? Ach, ich bin nur hier, um dich zu töten Wär ich? Ach, ich bin nur hier, um dich zu töten Wär ich? Ach, ich bin nur hier, um dich zu töten Hahahaha Du glaubst, du kannst einen Gott töten? Wär nicht das erste Mal Oh Das ist kein Dorf Ein Kobold im Vorkömmling Mit Träumen von Größe Es ist ein Konstrukt Interessant Da wird wahrscheinlich nur ein Übergewichtiger Kobold in einem Bürostuhl dahinter stecken Wahrscheinlich Den ist wahrscheinlich auch sehr leicht zu besiegen Ich mein ja Ich hab Frostschaden Der ist offensichtlich Lava Beziehungsweise Ding-In-Style-Elementar Und ich mach Bonus-Schaden, wenn ich den in meinem Ding-In-Style-Fest-Combo Und er ist offensichtlich tot Gut, ich war genau jetzt Ah, mehr Vorsicht, oder? Ja Sprengkopf Nicht nach oben sehen Hier geht's da unten Ich will nie wieder Mord Mhm Hier kommt er Uh, neuer legendärer Zauber Oha Na, kommst du mit tausend Schaden So, was kannst du? Huh Okay, den find ich cool Ich hab ne neuer Tausend Schaden Ne, ne, ne Ist das besser als Werfer Nein, tatsächlich nicht Ich hab aber einen Zauber für dich Gleich, guck nur was er tut Ich hab mich grad erst an meinen gewohnt Ich hab mich grad erst an meinen gewohnt Ja, der hier ist aber noch stärker Ich werde meinen Kometen behalten Ändert nichts dran, du nimmst jetzt den Wiederbeleber hier Ich bin grad schon durch, der ist brutal Oh mein Gott Wir müssen das Zahnrad noch aufheben Lebt das mal auf Das sollte reichen Hör zu Hör zu Ich bin stolz auf dich Du hast dich zum Wohle deines Volkes deinen Ängsten gestellt Ich finde, du hast einen Nasenring verdient Meines? Das kann ich gebrauchen Tja, jetzt gehört es mir Ich geb ihr mal das Zahnrad Was? Echt? Das wäre ein wahrlich mächtiger Nasenring Aber Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen Ich denke, du verdienst ihn mehr als ich Du sollst diesen Nasen mal getragen, Motti Ich nehme ihn ja Oha Herr Platten, hast du mir den zugerufen? Ja Wieder bei dir bei der Verletzung Das sind 4000 Das sind 4000 Noch was schaden Ich guck mal was das kann Wir werden auf ewig in deiner Schuld stehen Wenn du mich jetzt entzündigst Ich muss der K.O.T.Z führen Guck mal die gute Leistung Guck dir erstmal an was er mit Gegnern macht bevor du sagst äh Wir haben jetzt das Zahnrad des Heldentums Bringt plus 28,5 Feuerschaden Plus 23,7 Pestruferkraft Ein Feuerschaden wäre ganz cool Mhm Ich wusste es mal aus Ich guck mal welche Version ich hab Feuerschaden Ich hab das für Clownbringer Moment Ich geb dir den hier Das da ist besser als für deine Klasse Bin ich Clownbringer? Du bist Clownbringer Ja Du bist Bist du Pestrufer Und Ja Nein ich bin nicht Pestrufer Ich bin Sporen Dingens da Hier Ich hab's mal abgelegt Ja Doch ich bin Spornhüter Jo das ist definitiv besser als das Ding was ich hab Nächste ist schon ausgewählt Na dann Die eine machen wir noch und dann Wie lange geht die festes noch? Würde ich sagen Das ist dann Ich wollte jetzt noch zum Ich wollte jetzt noch zum Plus machen Sein die Clownbringer Geht jetzt noch 10 Minuten Gut Dann machen wir die hier Die wird hoffentlich nicht so lange gehen Die können sich doch den Den Sekonsprecher nicht so lange leisten Jetzt geht's Sie mit einer Stunde Nein Drei Mindestens Mit fünf Boschkämpfen Und er redet die ganze Zeit Ununterbrochen Machen wir noch ein Highlight zum Schluss Machen wir noch ein Highlight zum Schluss Eher ein Lowlight Existiert dieses Wort überhaupt? Ja Ist doch für Clip Clip Äh nein Das ist ein normales Wort Im deutschen Sprachgebrauch Von Dingen Ja im englischen aber okay Nein Im deutschen Im englischen gibt es dieses Wort Soweit ich weiß nicht Sehe ich das richtig Dass wir versuchen wollen Den Typen nicht zu halten Sehe ich das richtig Den Typen nicht zu halten Hehehehe Ihr habt sie gehört Keine Sorge Das ist bestimmt super einfach Ihr zwei seid ja auch So was von feinfühlig Richtige Sensibelchen Oh sensibel können wir Wir sind sensibel fähig Oh nein Das Wort gibt es bestimmt nicht Es ist so süß Dass du das auch noch glaubst Sensibel fähig Nö Du kannst mit Clip Clip reden Ich versuche jetzt noch hier hoch zu kommen Ich versuche Ich bin hier gerade gegen die Haie am kämpfen Die schaffst du Die sind noch hey Davon hast du bei den Piraten 100er erlebt Ich bin da so hochkommt Die Chancen steigen Wo ist unser Clip Clip Du hängst er ab Keine Ahnung Irgendwo dahinten Ich versuche jetzt eine hellige Nase Ich versuche jetzt eine hellige Nase Du hast eine wirklich tolle Leiche geschockt Du hast eine wirklich tolle Leiche geschockt Hörst du den Weg jetzt auch oder? Mhm natürlich. Ich bin ein Schmiedemeister dieser Schmiede, Leister Tonhammer ist mit einer Lieferung unterwegs und ich muss in seiner Abwäste heiß magischer Ausrüstung schmieden. Aber ich habe ein wenig bei meinem Leben laut geschummelt. Ich darf keine magischen Gegenstände schmieden. Aber ich weiß, dass man magisches Erd braucht. Schmiede Spitzsacke und Erze ab und verteidige dich gegen wilde Tiere. Wir sind jetzt die Schmiedeaufgaben übernehmen und die Schmiede vorbereiten. Mhm. Du hast alles. Jetzt kommt zur Mine. Das Magistar ist die Mine. Alter Tonhammer hat sie verschwunden? Du kannst doch Schlösser knacken, oder? Schlösser knacken, sagst du? Kann schon sein. Dann wäre das Minenlebnis. Und jetzt zeig, was du mit der Spitze getrauf hast. Wir müssen jetzt Erzes einsammeln. Sehr schön. Ah, wir müssen Minecraft spielen. Nee, dann wäre es cooler. Mori, du hast da gut übersehen. Ich muss mich erst mal von meinem Pilz wiederbeleben lassen. Ich hab dich aber nicht mehr, man. Jetzt bleib du in der Knamme. Jetzt bleib du in der Knierbe! Schlecht gekämpft, aber gut gestaunen. Mit meiner Ärzte noch schon. Jaja, ich hab hier erstmal ein paar Kobolde zu töten. Das ist doch ne angenehme Quest, und er redet nicht die ganze Zeit. Das heißt, die ist Minecraft 2, von dem wir da geredet haben. Nein, nein, da ist alles zweiförmig, das weißt du doch. Ach, hast du auch die Videos geguckt, von Minecraft? Wir haben sie alle gesehen. Ich geh mit, Kannibalismus in Minecraft. Sehr verstörend, diese Videos. Ich habe die Produktion in Minecraft verbessert. Sehr verstörend, diese Videos. Die sind seltsam. Ich verstehe, warum sie auf TikTok beliebt sind. Denn genau so wirken sie. Das hat auch so ein bisschen was wie diese alten, seltsamen Horror-Animationen, die immer weirder wurden mit jedem Mal. Ach, dieses Video, wo hier ein Villager ein Hund tritt, in die Lava tritt, und auf einmal hier dann das ganze Dorf über Lava schwebt, und die Villager sind an Bäumen aufgehängt. Ja, genau so was in der Richtung. Sie sind super seltsam. Sie sind komplett nicht mehr zeitgemäß, aber sie sind trotzdem faszinierend. Das ist mal ein Glückswürfel. Erze, wo haben wir Erze noch? Und wo muss hier noch was sein? Sieg doch einfach einen Kohlesong, dann tauchen die Sachen auf. Oh, der Glücksfaktor Stein? Nee. Nee, nicht. Angst, sich zu blamieren? Nee, niemand kennt mich nicht. Der Kohlesong ist jetzt mittlerweile in Pioneers of Pagonia. Nebenbei. Aha. Er synchronisiert die Archäologen, oder Geologen, irgendwas so in der Richtung. Ich hoffe, sie haben hier nichts dafür bezahlt. Äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hab nur den Vill mitgekriegt. Alter, wo ist denn das letztes bisschen Erzscheiße hier? Und guck, vielleicht da oben auf der Brücke dort. Da war ich schon. Ich kann aber noch mal hochgehen und gucken. Ja, hier ist tatsächlich noch was. Ich hasse Grunk ein bisschen dafür, dass er, dass er hier den... Er wusste von Leifest Bench, dem Leifest Bench schon vorher. Seine Reaction, als er so freigiert hat. Alle haben davon gewusst, beziehungsweise Grunk und Morif haben davon gewusst und Funk nicht. Aber den hat's auch nicht groß interessiert. Du musst die Erzstücke dort ablegen, um sie zu bearbeiten. Grunk's Reaktion war einfach so, ja, hm, 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 hm. Ich wusste es schon. Er wird wahrscheinlich wieder sieben Rollen davon synchronisiert haben. Und sie waren alle der Böse mit Ende der Geschichte. Also, Du Könners hat ja den Polizisten gesprochen. Ja, aber ich glaube auch nur, weil er dem Polizisten aus Stranger Things so ähnlich sieht. Und das immer als Gag benutzt wurde. Oh, das klappt nicht. Du könntest versuchen, Deinen Job besser zu machen. Nur so ein Gedanke. Oh, der Hammer ist schuld. Meister Tollhammer hat den Kundenhammer mitgenommen. Und das magische Erd ist zu atmen, der werdige Werkzeug. Was war eigentlich grundschlechteste Synchron-Spitalrolle? Joker. Na, die fand ich relativ gut scheinlich. Nein, Joker. Definitiv. Aber auch nur, weil die aktiv gesagt haben, ja, ne, Stimme verstellen bloß nicht, die zahlen dich auch für deinen Namen. Weißt du, ich fand den Agenda wirklich gut. Ich hab's geschafft. Ich hab die ultimative Sache geschmiedet. Moment. Was der Hölle ist denn? Nee, ich fand's scheiße. Wir haben es auf ehrlicher Art versucht, aber es wird Zeit, deine Talente. Ich fand ihn, ich fand ihn, ich fand ihn eigentlich in Life is so ein Stück Hollers gar nicht so gut. Das war... Das Spiel hat mich so nicht interessiert, dass das deine Rolle rausgibt. Die Rolle war immer, die war irgendwie nicht ganz authentisch gesprochen, fand ich. Und das war irgendwie so ein bisschen, ja... Bisschen deutschische Kommunikation-Problem, meinst du? Was ich gut finde, ist seine Rolle in... Weil ich das gar nicht erkannt, weil ich ihn gar nicht wieder nur durch die Quenzen erkannt habe. Seine Rolle in... Was suche ich genau? In hier... Spider-Verse. Nee, in dem Spiel, in dem... Wie hieß das? Das ist alles, was dauernd lustlos ist. Hier ist mit den Mönchen, mit den... Über den ein Mönch gesprochen hat. Mit den Mönchen? Was? Äh, sag schon, ähm... Mir fällt der Name gar nicht ein. Ähm... Das von dem Kirchenbauer, der eine Kathedrale bauen will. Hier, wie hieß'n das? Sag schon. Pillars of Earth? Ja, Pillars of Earth, die Sonne der Erde. Da hat sich da... Da hab ich nicht gespielt, das war doch das, was Stanley getötet hat, Frau Gollum. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel, sollst du auf jeden Fall mal spielen. Ja, aber es interessiert mich halt überhaupt nicht. Und ich... Und seine Rolle war für... Ich fand seine Rolle sehr, sehr gut. Es hat sehr gut rein... Hat sehr gut rein... Sehr gut rein gepasst. Das... Der... Hat den Mönch sehr... Authentisch gesprochen. Ich mochte ihn im Dungeon-Dragons-Film. Der hat er noch nicht... 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 Der hat man auch nicht... Der hat man auch nicht erkannt. Der hat mich auch erst durch die Quelle zurückgerichtet. Nee, er... Er hat... Er hat sehr gut auf den Drachen gepasst. Ich mag... Ich mag den Satz. Aber wir hätten ihn doch sowieso gehen lassen. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der das... Dass das Gronkh ist. Das habe ich wirklich nicht... Und ich habe es sogar gewusst. Ich habe es... Ich habe... Ich habe gewusst, dass der... Dass der eine... Ich habe nicht gewusst, welchen der spricht. Aber ich habe gewusst, dass er den... Dass er in diesem Rad dort eine Rolle spricht. Mir war nicht klar, dass da der Drachen spielt. Und ich habe noch geworcht. Ich habe noch geguckt. Ich habe gesagt... Nee, die haben es rausgeschnitten. Das ist... Keine Ahnung. Der ist nicht mit dabei. Dass dann... Erst durch die Gildets erfahren, dass das der ist. Und war mir wirklich... Ja. Ich finde... Ich finde die beste Rolle war... Kingpin. Definitiv. Im Spider-Verse. Den hat man null erkannt. Und es war... On Point auf den Charakter gespielt. Erkannt habe ich den schon. Das ist aber schon... Man musste sehr genau hinhören. Aber es ist halt... Sehr großer, sehr wütender, sehr dicker Mann. Ich meine... Wie will sie ihn sonst sprechen, wenn nicht so? Das war auch endlich mal eine große Rolle. Meine Hauptrolle, finde ich. Sehr wichtige Nebenrolle. Hauptrolle war es nicht. Hauptrolle wäre... Ja, der war halt der Bösewicht. Der Antagonist da. Damit ist es eine Hauptrolle. Ja, aber der im Hintergrund... Wie gesagt, Dr. Oktopus war sehr viel... Klarer. Ich fand ihre Version auch sehr cool. Was mich gewundert hat, ist, dass sich niemand drüber aufgeregt hat, dass jetzt... Der Charakter plötzlich weiblich war. Hat sich niemand drüber aufgeregt. Welche Charakter? Äh... Dr. Oktopus. Die... Ach, der ist der... Die... Die soll... Der soll... Der... 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 Oktavers... Spider-Man 2. Sie... Sie... Sie ist halt die... Ultimate Version. Die in den Comics eigentlich auch nicht anders war als der originale. Aber... Ja... Sie... Ich kenne beide, aber ich habe die Verbindung da nicht gesehen. Die großen robotischen Arme, die realistischer sind. Es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass das dieselbe sein soll. Sie hat ihren Namen gesagt. Ja, aber... Sie wurde buchstäblich so genannt. Sie ist einfach nicht dasselbe wie einen Ring von einer echten Hand abzubrechen. Es kommt in einen anderen Charakter, auch von der Persönlichkeit her und von... Ja, das auf jeden Fall. Mich hat das tatsächlich nicht großartig gestört, weil ich war durch Spider-Man, der Mensch, mit der Version aus... Spider-Man 2090 und vertraut. Hat mich auch nicht gestört, aber es ist ein komplett anderer Charakter. Nicht nur vom Geschlecht aus. Der die Frohholde töten wollte. Er dachte, dass sein Umhang der Kälteresistenz... Und falls ich noch gucken muss, bitte spolast mir nicht den zweiten Teil von Spider-Man-Dienst. Da habe ich auch noch nicht geguckt. Die Intoverse irgendwie, das Ding... Da gab es ja noch einen zweiten Teil von... Der soll auch noch sehr gut gewesen sein. Guck ihn so bald wie möglich. Der ist... Warte vielleicht lieber, bis der dritte und letzte Teil rauskommt. Dann kannst du ihn schön back-to-back gucken. Der hat nämlich ein offenes Ende, der zweite. Kommt der noch? Kommt der bald, oder? Der kommt noch raus. Bald, oder muss der noch bis fünf Jahre warten? Der soll, glaube ich, 2025 kommen, laut Leaks. Wir haben genug Geisen geahntet. Können wir die Quest jetzt abschließen? Nein, wir müssen noch das dritte holen, natürlich. Regel von drei Dingen. Kaum machen wir eine Claptop-Quest, ist sie schon wieder ein bisschen nervig. Noch nicht so krass, aber so ein bisschen. Toll. Obwohl wir jetzt gerade beim Thema Filme sind. Den aktuellen Batman-Film hast du gesehen, oder? Nee. In dieser Zeit habe ich wenig neue Filme geguckt. Batman-Filme... Ich habe bis auf die... Bis auf die... Nolan... Ich habe, glaube ich, keine Batman-Filme geguckt. Dann... Du solltest The Batman definitiv gucken. Äh, glaube ich nicht, dass das noch werde. Das ist der Weib nur realistischer als die Nolan-Sache. Glaube ich nicht, dass das machen werde. Warum? Der ist wirklich extrem gut. Na, ich finde auch Batman nicht wirklich. Das ist... Das ist auch nicht wirklich Comic-Batman. Das ist ein Typ, der Leute gnadenlos verprügelt und zufällig ein schwarzes Leder ausgeträgt. Du hast auch nicht irgendwelche Comic-Figuren, du hast halt Mafia als Gegner überwiegend. Und einen wahnsinnigen Serien-Killer. Mein kleiner, süßer Seelen-Verschlinger. Der macht nichts über. Der macht nichts über. Und vor allem, du hattest auch tatsächlich, ähm... Dingens, du hattest ein Minispiel auf einer Website, die dir Secrets zum Filmen und zu kommenden Serien und so weiter zeigte. Das war auch eine coole Aktion. Ist das auf Netflix? Müsste auf Netflix sein, ja. Vielleicht tue ich mir das mal irgendwann mal. Ja, aber Netflix musst du sowieso dir unbedingt mal holen für den ganzen Kram. Allein für dein ganzes Star Trek Zeug. Hast du eigentlich bei Star Trek die animierte Serie gesehen? Also die alte? Ich hab hier die, ähm, Lower Decks hab ich geguckt. Ein paar Folgen. Aber... Die alte... Ja, die war nicht so meins. Die war nicht so meins. Ich meinte aber wirklich die alte Animation-Serie. Die war... Nö. Da wird Star Trek außer der Original-Serie und Deep Space Nine und D&G noch nicht geguckt. Hm? Ja, weil ich... Ich meine nur, weil ich weiß, dass die... Die Star Trek Animated Serie ist tatsächlich auch auf Netflix zu sehen. Ich hab die da... Guckt und die war... Und... Und... Und ne Serie gab's nicht auf jeden Fall noch. Guck mal, äh... Jaggi hier. Du darfst ja gar nicht haben, alle Knorpel haben. Quinch New World, oder? Und Voyager. Äh, ne. Die... Ich... 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 Aber... Kann ich empfehlen, die die Serie hat bisher jedem, die ich... Soll's ja gut sein, wurde mir empfohlen, deswegen. Ja, sie ist gut. Sie hat was für die Fans. Äh... Hinzugefügt, was cool ist. Sie hat was für Neueansteiger, was cool ist. Nämlich die gesamte Story. Und... Es ist erträgliches Pacing. Hm... Ähm... Ähm... Die... Die... Die ganze hier von Critical Roil, die Serie als sind... die sind nicht auf Netflix oder? Die sind auf Twitch Ne, ich meine die animierten Serien, die... Die sind bei Amazon Prime, die kannst du dir aber jederzeit dazu kaufen für einen 10er oder so Amazon Prime, weil ich will nicht holen Ne, aber wie gesagt, du kannst dir die Serien für einen 10er Ausleihen oder so Ah, Wax Machina würde ich mir gerne mal als Serien gucken Ist cool, die erste Stoffel habe ich sehr gemocht, die zweite habe ich mir noch nicht geholt Aber bei Netflix ist auch sowas wie die Castlevania Animes, die sind auch sehr cool Ja, gibt's einiges Die zwei Sonic Filme hast du gesehen, oder? Ja Ich liebe den zweiten, muss ich sagen Gibt's auf Netflix auch Die sind bei mir hängen geblieben Gibt's auch auf Netflix auch, die wird man ganz gerne mal wieder, ich habe es damals in meinem Fernsehen geguckt Die ganzen Crime Serien, die ich da... Mit Castle zum Beispiel oder mit Forever würde ich auch mal gerne mal wieder gucken Diese ganzen... Sagt dir Forever was? Das war dieser Typ, der unsterblich war uns und immer wieder gestorben bis zum Fluss wieder aufgewacht ist Das war der Detektiv Das fand ich eigentlich ganz cool Kenn ich, da gab's doch auch irgendeinen Twist mit Zeitreise oder sowas Oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau Fand ich auch sehr cool Gibt's das alles noch auf Netflix oder ist das rausgegangen? Nicht rübergekommen, weil alles wiederholt wurde und alles scheiße war Vom Pacing her Ist das schon gelöscht worden von Netflix oder gibt's das da, gibt's sowas da? Kann ich gleich mal nachgucken Kann man das auch wünschen? Ich hab noch einen Troll hier gerade zu töten Bei Castle will ich mal unbedingt mal zu Ende gucken Ich hab das im Fernsehen geguckt und hab nie das Ende mitgekriegt Das Ende war böse Das Ende war sehr böse Das war richtig scheiße Ich hab das relativ regelmäßig Ich hab fast alle Folgen davon gesehen Aber irgendwann kam Die haben das Ende einfach nicht gezeigt Das war dann einfach irgendwie nicht dran Das war dann merkwürdig Die Folge lief dann irgendwie nicht Die wurden dann ausgelassen Okay, das gab's dann mal Am FreeTV ist das irgendwie jemand merkwürdig Dann werden dann Folgen ausgelassen Dann fängt sie dabei wiederholt sich wieder Und fängt bei Folge 1 wieder an Das ist, ja, keine Ahnung So machen wir die Quest weiter Lustigerweise Forever scheint da zu sein Nur noch nicht auf Netflix Aber dazu gekauft Sollte demnächst starten Verdammt Dazu kaufen werde ich nicht so viel Du kannst bei Netflix nicht dazu kaufen Die müssen das Die haben das wohl eingekauft Aber die Lizenz ist noch negativ Das kommt demnächst wahrscheinlich Meister Tonhammer Was mit Castle? Castle weiß nicht, dass da ist Castle habe ich da mehrfach gesehen Gibt die ganz anderen Serien 1CS muss nicht mehr gucken Das ist dann Das läuft übrigens immer noch NCS läuft einfach immer noch im Fernsehen Die haben das jetzt in der 14. oder 15. Staffel Und es dann einfach Das lief damals haben die 2000 irgendwie eins oder so Das hat das 19.00 glaube ich Die fing die erste Staffel davon an Es ist wirklich Es ist da Inzwischen ist das komplette Team von denen gewechselt Es kommt jetzt keiner mehr aus dem Original-Ding mehr da Aber Die Serie existiert immer noch Es gibt immer noch neue Folgen von denen Inzwischen gibt es ja auch mal NCS Hawaii NCS Hawaii habe ich gerne hingekauft New Orleans war auch ganz nice Das habe ich auch sehr gemocht Und ich glaube was Ich weiß nicht Ich weiß nicht aber da Ich weiß nicht aber da Da gibt es LA gibt es da auch noch Und es hat auch eine Matt Hattie Kann man ab und zu mal gucken Aber Also LA fand ich sehr cool Aber da mochte ich auch einfach die Besetzung Da fand ich die Charaktere cool NCS Ja ich würde es momentan nicht mehr gucken Es ist ja Es ist ein bisschen Ausgelutscht Ausgelutscht Ich mochte es früher sehr Die Serie mit Gips und Rino so MacD War ich ein Fan von Aber mit den Auch mit der neuen Besetzung Jetzt mit dem Das ist so ein bisschen Ich weiß es nicht Ist nicht mehr meins Wie viele davon sind klischeehafte Charaktere Und wie viele davon sind Aus irgendwelchen Unerfältigen Gründen Obwohl sie es nicht sein müssten Irgendwelche Komplett fehlbesetzten Darsteller Alle irgendwie Schön Darf ich mir Irgendwie gab es Irgendwie auch Ich habe das Gefühl Denen fehlt auch irgendwie Die Tiefe So ein bisschen Du hast Also du hast Du hast halt Irgendwel beim Bei McGee und Dino Du hast halt immer Dieses hast du immer so Es waren Charaktere Die hatten Über die Zeit haben sich irgendwie Die haben sich über die verschiedenen Staffeln Ihre Es waren Charaktere Meinst du Ja Charaktere die tief hatten Die sich über Die 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 Hintergrundgeschichte Abgebaut haben Weil ich habe das Irgendwel den Neuen Sind so Die sind halt Ja Das ist halt Die sind halt da Das sind die Agenten Die machen Der eine ist besonders gut in dem Der andere ist besonders gut in dem Okay Und dann hast du wahrscheinlich Diese eine Junge Angeblich nicht Attraktive Frau Dem allem gut ist Oder Ja Das ist auch Die Sache Irgendwie Der 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 war irgendwie Der eine Die sahen sich fast aus Wie Zwillinge Irgendwie Der eine waren Brite Der andere waren Amerikaner Und irgendwie Die haben Freunde Irgendwie miteinander Und das war Dann ist da eine gestorben Und das Irgendwie Das war Das war der Punkt Wo ich dann gesagt habe Eigentlich hat sie Eigentlich ist die Geräte vorbei Im Film Ich weiß Weil ich den Charakter Der Charakter Weil der Charakter Gestorben ist Und mir gedacht habe Hä Was War der Jetzt dabei Wer ist das Wer ist der gerade gestorben Ist Wenn ich mir gesagt habe Okay Dann ist es jetzt Offiziell vorbei Wenn man Ein Charakter stirbt Und man Mit Schultern zockt Und sagt Okay Ja Dann ist er halt Jetzt tot Ich kann mich noch daran erinnern An die ersten Die ersten Tode So wirklich Wenn dann wirklich Ein Charakter stirbt So Kate Kate Die dann in der NCS Also ich glaube Staffel 2 Irgendwie dann stirbt Und sie war David Und auf einmal Die dann Die dann begeht Und dann Die Nose Die Nose ist da auch Irgendwann gegangen Das war richtig Das ist richtig tragisch Das ist wirklich Also wenn So ein Langgeliebter Charakter In die Serie Verlässt Das ist dann Das ist richtig mies Aber Das geht dann Einmal Richtig nah Aber Wenn der Charakter Dann auf einmal Also der erste Tode von Kate Kate In Staffel 2 Das musst du ja Wenn du Staffel 1 Und 2 Guckst Das ist wirklich Auch für das gesamte Team Also wie das Team darunter Erleitet es dann Das war wirklich dann Und das ist Ja Mir ging es da tatsächlich Ähnlich mit Criminal Minds Das habe ich in den ersten Staffeln sehr gern geguckt Dann kam irgendwann So der Teil Wo irgendwie neue Charaktere Dazukamen Okay War noch cool Die meisten Interessant von der Altenbesetzung Waren noch da Dann kamen Sehr coole Staffeln Wo sie tatsächlich Einen Hauptgegner hat Mit so einem Richtig Fast schon Joker-artigen Serienkiller Der einen Komplett gestalkt hat Und dafür Zeugenschutz Das fand ich cool Die Größe Wicht der NCS Waren auch immer Großartig Ja Ich wollte gerade sagen Und dann haben sie Irgendwie Das ganze Die Versetzung Das war so irrelevant Dass so Die IT-Tigerin Da war Und Die war ein cooler Charakter Aber Hat sie doch Nicht getragen Wir müssen den Zauberer fangen Den bösen Zauberer Bald Geißeltes Dorf Ich hab dich bereits bedroht Was muss ich denn sagen Apropos sinnfreie Story Juckt das hier überhaupt Nach was Was hier passiert In dem Keine Ahnung Ich hab einfach die nächste Geißgestattel Weil wir doch geredet haben Juckt das hier überhaupt Irgendwas Das schwere ich Und Die Captain-Tab haben wir Jetzt hinter uns Ja Sie gewährt dir Zugang Zu einer alten Höhle Also das dann Na das hier machen wir noch Jetzt sind wir eh schon dabei Nee Du Nicht mehr Das dauert noch 5 Minuten Oder so Glaub ich Jetzt langsam Lass uns mal Schluss machen Schon 23 Uhr Ja dann machen wir gleich Schluss Gute Güte Jetzt sind wir halt dabei Jetzt machen wir das bisschen da noch Du meinst du können Questen damit aufhören Und nächstes Mal weitermachen Von dieser Waffe Bevor unserem Dorf noch mehr Schlimmes Wenn es so zwingend ist Dann von mir aus Mann was haben wir uns nur dabei gedacht zu versuchen Einen Egomanen wie den einschüchtern zu wollen Ich weiß nicht Ich bin in Panik geraten Meine einzige andere Idee war nicht zu küssen Aber das mit den Noch mal zu NCS Die neuen Folgen Da ist dann Der Charakter Einfach Die Wo man gesagt hat Okay wer war das überhaupt Das hatte auch wirklich keine Folgen Für das Team Irgendwie Das dann irgendwie Ich glaube Der Charakter Der Freund war Von dem Der hat dann irgendwann Ich weiß nicht was War ich glaube Ein Hut Oder ein Armband Von dem Den er Das hat eine Weile getragen Hat Das war dann so Okay das ist das Armband Von meinem Freund Irgendwie Und okay Aber das war so ein bisschen Ja Ich weiß noch Wie nach Cates Tod Irgendwie Das waren irgendwie Das waren noch Das waren glaube ich Ganze zehn Folgen Wo es dann wirklich Wo dann Wo es dann darum ging Oh nee Wir können jetzt mit dem Tod Von der irgendwie Nicht wirklich abschließen Und zwar Wir können Das war wirklich Das war so eine Blockade Das Team konnte In langer Zeit Gar nicht weiterarbeiten Das war so ein bisschen Das war Das war so ein bisschen Die Ermittlungen Schwierig Weil Ja Das Team Es fehlt was Das Team Und das ist so Wichtig Das dann Als dann die Neue kam Dann so Du sitzt auf deren Platz Das ist was Ich erinnere mich daran Ja Das war sogar noch Als es Noch 20 Folgen später Als dann in der nächsten Staffel Irgendwie erst dann die Als dann die Neue dazu kam Da hieß es immer noch Du sitzt auf Cates Platz Das ist Du bist hier Du bist hier nicht willkommen Du bist hier nicht willkommen Aber das ist Das setzt dich irgendwo anders hin Das ist irgendwie Das ist dieser Platz Das ist Ja Verstehst du Das hatte noch Das hatte noch Impact Auf die Serie Das wurde dann gesagt Hat so Hm Das gemerkt Es ist nur der Charakter Der Geist des Charakters Ist immer noch irgendwie Mit dabei Ja so was Damals haben wir auch noch Gute Schreiber gehabt Und waren nicht nur Ihr müsst jetzt politisch korrekt Alles machen Und niemand darf irgendwie sterben Es muss für alle perfekt geeignet sein Ich stelle überall Und baugruppen auf und ihr ignoriert sie Was habt ihr euch dabei gedacht Habt ihr denn noch nie ein Rollenzüge gestiegen Du es ist politisch korrekt Weil das war dann nichts Das der In der Karte gibt es Der ist ein richtiges Arschloch Das ist ein Ja und das war auch gut so Das war jedem klar Das war auch so Der ist definitiv Der beinert Sein Team Scheiße Anders dann Aber prinzipiell ist er ja ein guter Boss gewesen Halt ein Arschloch Aber kompetent Er hat der Geist Er hat richtige Erfolge gebracht Aber es war ein Zwischenmenschlichen Scheißboss Aber Er ist ja aufgetauscht Später Ich müsste es auch mal wieder rewatchen Aber Kassel muss mal zu Ende gucken Spielen wir es jetzt doch noch durch hier oder was? Offensichtlich Zumindest so weit dabei Dass das jetzt nicht mehr lang dauern wird Ich hoffe wirklich Vielleicht genau nicht mehr Ich auch nicht Ich bin auch müde Und ich muss nur so viel Scheiße machen Ich würde auch gerne noch ein bisschen Wasser Na Du wagst es mich aus meinem langen Schlaf zu erwecken Ich bin Noch Basskampf oder was? Na den haben wir gleich Wir sind super stark Worum geht es hier überhaupt Insektenpest? Ich habe keine Ahnung So eine Waffe suchen glaube ich Ich habe dir mit deinem NCIS Monolog zugehört Wir können ihn verführen Mach mal wofür Mach mal Und der ist gut Verklag mich doch Sind wir hier in Deutschland? Das war abgefahren Sieht aus als könnte ich mir das lautlos schnappen und verschwinden Das kann ich nicht bestreiten Ich glaube wir hätten die mich töten sollen Ich bin doch scheiß drauf Ich habe mich angegriffen Weil ich erst mal auf ihn geschossen habe Das Ganze gibt noch eine Armee von Skeletten vor der Tür Das ist ja noch irgendwie ein Kampf, ich bin einfach durchgerannt. Wie wird hier von einer Armee von Skeletten aufgehalten? Ja, ich nicht. Das ist schlecht für dich. Du darfst eine verfluchte Waffe behalten. Verschwinde! Okay, haben wir die Christen bestanden oder was? Ja. Na dann weg hier. Ja, du kannst ihn jederzeit beenden. Nochmal Beuteglück erhöhen, ist schön. Ich klicke hier auf Mythos. Ich bin jetzt übrigens Mythos Level 33 und du so. Level 19. Wird hier noch von Gegnern verfolgt. Ich seh's. Auf die Oberwald zurück, oder? Du kannst es jederzeit einfach hier beenden. Na, mehr Gegner hier. Oh Gott. Weg hier. Ja, ich gönne mir da noch einen Lauf in dieser Chaos Stingens da, Rote. Nee, du willst. Muss ich ja nicht mit dir machen. Wo ist denn der Ausgang hier? Keine Ahnung, ich beende aber schon mal hier. Fölgen, gehen wir uns dann über hin. Okay, dann mal nach Pracht ruf zurück. Guck mal was hier. Und dann wollen wir hier das nächste Mal weiter spielen. Es ist mir relativ egal. Ich bin jetzt aus deiner Runde raus. Ja, ich geh jetzt auch. Ich werd jetzt nochmal einen Grund in dem Chaos Sting machen, aber wenn ich noch coolere Waffen hab beim nächsten Mal, dann können wir die DLCs angehen. Haben wir jetzt alle das normal gepackert. Ja, war ja jetzt, war ja heute irgendwas. Keine Ahnung, was das war. Wir haben lose Enden beendet und weiter aufgemacht. Zwei Gebiete erkundet. Ja. War ja dann trotzdem auch wieder fünf Stunden lang das Team. Reicht jetzt auch. Mein Körper blendet. Kapitel 11 Epilogue. Okay. Na dann. Danke fürs Mitspielen. Bis nächstes Mal. Ja, bis in zwei Wochen dann wie gesagt. Nächste kann ich nicht. Nächste haben wir dieses Discord Event, wo ich noch x Sachen vorbereiten muss. Na dann. Dann mach ich den Tag frei am Samstag. Und dann bis übernächste Woche. Dir viel Spaß beim Discord Event. Yay. Ja. 7 Runden leiten. Juhu. Joa. Du würdest es dir ja nicht machen, weil es dir keinen Spaß machen würde. Das stimmt. Meine Stimme wird so sehr am Arsch sein. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bye. 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 Bherd��. Vielen Dank.